Im Sand spielen macht Spaß. Freut mich zu hören. Ich bin gespannt, wie der Sand schmeckt. Oh nein, halt! Lass das lieber. Gib mir den Löffel. Das kann man nicht essen. Wobei, hm, ich hab da eine Idee. Daran hätte ich früher denken können. Die Kekse kommen in den Mixer. Dann werden sie zerkleinert. Die Kekse sollen aussehen wie Pulver. Das Kekspulver kommt auf ein Tablett. Liebling, hier, das ist für dich. Oh, noch mehr Sand. Den kann man sogar essen. Danke, Mami. Mh, gern geschehen. Mal macht so viel Spaß. Ein hübsches Bild, Liebling. Schau mal, ich hab Blumen gemalt. Und die Sonne und den Himmel auch. Eine wahre Künstlerin, mein kleiner Picasso. Was würde ich nur ohne meinen Engel tun? Oh, was ist passiert? Das sieht grässlich aus. Lecker, ich liebe Malen. Schatz, darüber haben wir doch gesprochen. Gib mir den Stift. Wir müssen uns unterhalten. Stifte sind giftig und nicht gut für Zähne oder deinen Bauch. Ich bin ein Bild. Ich brauche eine Auszeit. Oder? Ich probiere etwas aus. Nimm eine Schüssel mit Schokoladendrops. Lass sie schmelzen. Fülle die flüssige Schokolade in eine Backspritze. Noch ein bisschen. Das sollte reichen. Fülle die flüssige Schokolade in einen Strohhalm. Dann stellst du die Strohhalme in den Kühlschrank. Entferne den Strohhalm, wenn die Schokolade fest ist. Lass uns kreativ werden. Spitze die Schokolade wie einen Stift. Achte darauf, dass der Spitzer sauber ist. Dann stifft du das Stiftpapier über die Schokolade. Fertig ist der essbare Stift. Du kannst auch mehrere Farben nehmen. Liebling, ich habe neue Stifte für dich. Wow, die riechen wie Schokolade. Es ist Schokolade. Viel besser. Ich sollte besser aufräumen. Ein Glas Milch für meinen Engel. Milch kommt von Kühen, Mami. Das weiß ich doch. Schau Mama, ich bin fertig. Wow, ihr Name ist Daisy. Sie ist mein bester Freund. Ein schönes Bild. Das sollten wir an die Wand hängen. Hier ist ein Glas Milch. Milch? Wie geht's? Das mag ich nicht. Oh, nicht schon wieder. Oh, die Stifte bringen mich auf eine Idee. Das ist die Lösung. Ich nehme einen Latex-Handschuh und mache Löcher in die Finger. Mit Schwarz male ich ein Wuster darauf. Das macht Spaß. Sieht aus wie eine Kuh. Jetzt kommt die Milch in den Handschuh. Bis oben hin füllen. So, das reicht. Hier, für dich. Echt? Ich melke eine Kuh. Da kommt die Milch, Mami. Das Glas ist voll. Jetzt bin ich durstig. Mh, voll lecker. Ich bin einfach ein Genie. Eine Schleife sitzt schief. Oh, schon besser. Die Krawatte sitzt auch. Alles ist perfekt. Happy Birthday. Hier sind deine Geschenke. Ich freue mich ja so. Juhu. Jemand Lust auf Snacks? Hier, greift ruhig zu, Mädels. Oh, voll cool. Danke, Papa. Mädels, achtet darauf, keine Unordnung zu machen. Danke für die Einladung. Die Schokolade schmeckt mega. Das wird ein Desaster. Ich sollte besser etwas unternehmen. Immer nur aufräumen macht keinen Spaß. Immer bleibt alles an mir hängen. Na, das gefällt mir nicht. Habt ihr Lust auf ein Spiel? Ja. Wir sind bereit, Papa. Getroffen. Das ist voll cool. Juhu. Getroffen. Ich hab mich mal wieder selbst übertroffen. Ich fühl mich voll krank. Ich hasse krank sein. Wenigstens hab ich Gummibärchen. Mh. Wie geht's dir, Liebling? Das sieht nicht gut aus. Du solltest besser Medizin nehmen. Damit wirst du dich besser fühlen. Mach den Mund auf. Nein. Ich will keine Medizin. Na gut, dann eben Tabletten. Die haben keinen Eigengeschmack. Nimm sie. Nein. Das will ich auch nicht. Ein Versuch war's wert. Moment mal. Ich liebe Gummibärchen. Die Lösung liegt direkt vor meiner Nase. Mache einen kleinen Schlitz in ein Gummibärchen. Schiebe die Tablette in den Schlitz. Das perfekte Versteck für Medizin. Hier sind noch mehr Snacks für dich. Danke, Mama. Die schmecken besser als Medizin. So lecker. Die Schüssel gehört dir allein. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Na also, geht doch. Diese niedliche Luftballon-Dekoration ist fertig. Okay, mal sehen, was wir im Kühlschrank haben. Mal sehen. Ich weiß, dass ich ein spezielles Essen geplant hatte. Ah, hier ist es. Gut, dass ich es beschriftet hatte. Und jetzt die Kerze. Alles Gute zum Geburtstag, Annie. Hä? Was ist das? Was ist denn da los? Eine Überraschungsparty nur für mich? Aber natürlich alles Gute zum Geburtstag. Und jetzt wünschst du was. Juhu. Ich kann es kaum erwarten, meinen Geburtstagskohl zu essen. Lass mich hier nur ein Blatt abreißen. So. Hm. Lecker. So frisch. Ich nehm gleich noch ein Blatt. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin so froh, dass du deinen Kohl magst. Oh, für mich? Tja, ich schätze, ich könnte auch ein kleines bisschen davon essen. Wow. Schau mal, was in der Mitte meines Kohlkopfes ist. Ein Bonbon. Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Es ist auch mit Orangengeschmack. Ich weiß, dass das dein Favorit ist. Genau. Aber hier ist es noch besser, wenn ich es mit dir teile. Das war der letzte Band. Und voila. Fertig. Hm. Mal sehen. Ich weiß es nicht. Wird dir das gefallen? Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Hier ist dein Kuchen. Was? Der Kuchen ist schrecklich. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Uff. Nee. Können Sie das verbessern? Nun, ich sehe mal, was ich tun kann. Vielleicht kann ich stattdessen einfach ein paar dieser Dekorationen anbringen. So. Geschafft. Und die sieht exquisit aus. Das ist wirklich anders. Ich frage mich, ob er ihr gefallen wird. Oh. Ein Cupcake auf meinen Kuchen. Toll. Aua. Mein Zahn. Oh. Oh. Mom. Warum hast du mir das angetan? Oh mein Gott. Nein. Nein, nein, nein. Es muss doch noch etwas geben. Was wir tun können. Ach ja, richtig. Sie liebt frisches Obst über alles. Mit den Produkten in dieser Schüssel können sie sicher was anfangen. Ja, natürlich. Ich bin ja schließlich ein Konditor. Wir verwenden oft Obst. Diese Ausstechformen helfen beim Design. Ich werde sie auf den Fruchtschnitten verwenden. Sie werden niedlich aussehen. Wer will schon langweilige Früchte, wenn man stattdessen Sterne und Blumen haben kann? Nun, da sie ausgeschnitten sind, ist es Zeit, den Kuchen zu dekorieren. Zum Glück ist auf der Torte genug Raum für alle Fruchtscheiben. Und schon ist der Kuchen fertig. Voila. Wie finden Sie das? Bravo. Das ist ganz sicher ein Meisterwerk von einem Kuchen. Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Und hier ist dein Kuchen. Oh wow, ich liebe den Kuchen und ich liebe frisches Obst. Mh, das ist so lecker. Nur das Beste für mein perfektes Geburtstagsmädchen. Alles Gute zum Geburtstag. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Und was kommt jetzt? Diese Challenge ist wirklich klein. Hopp. Ja. Oh, der ging daneben. Naja. Hey, macht euch einfach an die Arbeit, okay? Oh, schön. Und? Ja, endlich. Unsere Budgets. Und guckt ihr meins an. Dann guckt ihr mal meins an. Oh, das wird schon. Oh, schön. Und puff. Damit kann ich was anfangen. Ich schneide dieses Rechteck in Stücke und dann kommt Heißkleber. Mit dem hält alles. Das kommt aufs Quadrat. Mehr Heißkleber. Das Teil kommt hier hin. Dieses Stück klebe ich parallel zum anderen, das ich eben geklebt habe. Fertig. Naja, zumindest dieser Schritt. Jetzt wird Zeit, dieses Rechteck anzubringen. Festhalten, damit es ordentlich anklebt. Nächstes Teil. Einfach reinschieben. Und jetzt kommen diese Teile. Hoffentlich habe ich genug Kleber. So, eins noch. So ein Holzspieß muss hier durch. Dann brauche ich noch ein paar mehr Teile. In dieses kleine Teil kommt auch ein Spieß. Ich stecke ihn ungefähr so tief rein. Das kommt in den Kasten. Und die Gummis kommen hier ran. Mit Kleber bleiben sie dran. Ich wickle sie einmal rum. So, perfekt. Das kommt jetzt in die Mitte. Und die Gummis ziehe ich mit der Pinzette drüber. Mit Kleber noch fixieren. Hier auch. Und wir haben einen Kaugummi-Automaten. Naja, fast. Schon besser. Dann kommen noch diese Teile drauf. Und ich decke die Vorderseite ab. Beeindruckend, oder? Ich mache die Kaugummis rein. Dann drücke ich den Hebel rein und ziehe Kullern raus. Dann kommt noch dieser Spieß durch dieses quadratische Stück. Links und rechts wird abgeschnitten. Und schon habe ich eine Klappe. Aber das war's noch nicht. Es geht noch weiter, okay? Ich klebe alle vier Seiten ran. Jetzt noch ein bisschen Flair. Oben drauf muss auch ein Container. Der sieht schon richtig gut aus. Ach du meine Güte. Wow. Ich weiß. Ziemlich beeindruckend. Wenn ich das so sagen darf. Aber warte. Was hast du vor? Das Wichtigste fehlt ja noch. Der Grund, warum es dieses Ding gibt. Rein mit euch. Willst du einen? Siehst du, der funktioniert echt gut. Wow. Yes. Und das ist meine Lieblingsfarbe. Na gut. Aber meiner wird nicht so kompliziert. Danke. Was zum... Oh, der ist perfekt. Entschuldigung. Der hat genau die richtige Größe. Und ich habe noch einiges zu tun. Ich brauche meine Klebepistole. Die Teile werden so angeklebt. Jetzt zur Konstruktion des nächsten Teils. Die andere Seite nicht vergessen. Dieses Teil muss genau reinpassen. Perfekt. Nur noch ein paar Schritte. Das Teil kommt hier hin. Und dieses schmale Stück wird die Abdeckung. Siehst du dieses Eisstäbchen? Siehst du dieses Eisstäbchen? Alles gut anzudrücken. Jetzt schraube ich von einem Kuli die Spitze ab. Ich brauche nur die Feder. Schön. Dann das überflüssige Holz abschneiden. Jetzt kommt wieder Kleber. Eine Menge Kleber. Das klebt fest, wenn es trocken ist. Schön. Ein paar Teile müssen noch eingebaut werden. Und zwar mehr von denen. Mit Plastik werden sie abgedeckt. Und ein Deckel muss auch drauf. Den fixiere ich mit Klebeband. Danach kann man den einfach aufklappen. Siehst du? Wie viele Automaten hast du denn? Genug für unsere Lieblingssüßigkeiten, versteht sich. Oh ja. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Dann mal los. Wir haben Erdnuss-M&M's. Die mache ich am liebsten. Aha. Und hier haben wir Skittles. Und den Rest kennst du. Oh Mann. Jetzt geht's los. Es braucht nur einen Drücker. Wow. Alle passen rein. Was sagst du dazu? Ich finde meine auch cool. Ja. Prost auf uns. Oh. Upsi. Sei vorsichtig mit dem Ding. Ich hab's. Ihr seid beide Gewinner. Wunderbar. Das sind viele Süßigkeiten. Ich glaube, ich habe, was ich brauche. Ups. Das hole ich später. Ich lege alles ab. Hier ist gut. Hm. Das klappt nicht. Ich brauche einen neuen Ort. Mal sehen. Irgendwo muss ich sie doch ablegen können. Hm. Ich sehe nichts. Was mache ich jetzt? Nun ja. Schätze, ich lege sie aufs Bett. Du kannst sie beschützen, Teddy. Was soll ich zuerst aufmachen? Chips sind immer gut. Ich freue mich schon so. So schmutzig. Ach, das wird schon niemand merken. Keine große Sache. Warte. Was war das? Jen, was machst du da unten? Was für ein Chaos. Ah, das ist so lecker. Ich muss das abstellen. Hier ist doch gut. Nein. Nein, ist es nicht. Achtung. Ich hab's. Das war knapp, hm? Das war knapp. Du machst eine Sauerei. Ich wohne auch hier. Warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Ich hab einen Kreis aus Pappe ausgeschnitten. Dann wickle ich ihn in Alufolie ein. Ich liebe diese Farbe. Nun drehe ich die Enden und binde ein Band um sie herum. Sieht aus wie ein riesiges Bonbon. Das macht mich hungrig. Aber es ist noch nicht fertig. Ich brauche diesen Blumentopf. Danke. Er ist perfekt. Ich lege das Riesenbonbon oben drauf. Jetzt ist es ein Tisch. Oh hey, wie hübsch. Nur ein Scherz. Das bin ich. Jen, schau mal. Hä? Oh, was ist das? Hier ist Platz für deine Snacks. Wow, das ist ja genial. Komm schon, essen wir. Ah, mir ist voll langweilig. Das ist jetzt wichtig, Klasse. Sunny? Hä? Ja, klar. Jeden Tag dasselbe. Äh, was ist jetzt los? Oh, stimmt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig. Wenigstens bin ich nicht die Einzige. Ich finde das ja ziemlich erniedrigend. Tsch, ich muss mich konzentrieren. Äh, das ist so ungerecht. Äh, Mama? Was hast du? Schau mal, kriege ich das bitte? Äh. Äh, ja, natürlich. Wow, ich kann's nicht erwarten. Das ist für dich. Wow, danke, Mama. Äh, was ist das? Eine Schneekugel? Was soll ich denn damit? Was? Du magst sie nicht? Ich wollte das hier. Warum tut Mama mir das an? Äh, aber ich geb nicht auf. Ich muss sie nur noch mehr überzeugen. Und das geht nur mit Ausdauer. Ich muss mehr Ballaststoffe essen. Kann ich dir helfen? Die brauchst du. Und ich brauche das. Willst du mich veralbern? Gut, ich mach alles für ein ruhiges Leben. Wow, der Spielzeugladen ist fantastisch. Oh, oh, muss mich professionell verhalten. Wir suchen das hier. Meine Tochter will das unbedingt haben. Bitte sag mir, dass du es hast. Natürlich, es steht gleich da drüben. Wirklich? Wow, und es ist im Angebot. Heute ist mein Glückstag. Warte. Das darf nicht wahr sein. Was ist los? Nein, das Spielzeug. Tja, jetzt ist es ausverkauft. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Viel Glück beim nächsten Mal. Nein, du verstehst nicht. Ich brauche das. Ich muss mir was einfallen lassen. Hm, vielleicht helfen mir die Kartons. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe diese Pappteile vorbereitet. Daraus erstelle ich eine Box. Die Bonbons rollen später aus diesem Loch. Jetzt kommen Holzspieße in die Seiten. Ich habe auch dieses Teil aus Pappe gemacht. Oben stecke ich jetzt einen Holzstab durch. Dann kommen Gummis an beiden Seiten. Das kommt jetzt in die Box. Es liegt über dem Loch. Dann ziehe ich den Gummi über diesen Stab. Jetzt zur anderen Seite. Dann testen wir das mal. Wenn ich das Teil reindrücke, fällt der Bonbon durch das Loch. Als nächstes muss der obere Teil gebaut werden. Der muss angewinkelt sein. Dann kann ich die Frontplatte montieren. Oben drauf setze ich diesen Behälter. Da kommt noch ein Deckel drauf. Jetzt die Bonbons. Das sind Sannys Lieblingsbonbons. Ich mache außen noch ein Gesicht dran. Es soll ja lustig aussehen. Es funktioniert. Was sagst du dazu, Sunny? Wow, das ist ein Bonbonautomat. Drücke auf die Nase und schau, was passiert. Oh, das gefällt mir. Ich will mehr. Lass mir ein paar übrig. Ich kann nichts versprechen. Mama? Was jetzt? Schau mal, ich will das haben. Aber, aber, das war ja klar. Sie sind mit der Zahlung im Rückstand. Moment, ich habe hier ein bisschen was. Äh, nehmen Sie auch Schnüre? Tut mir leid, dass Sie nicht mehr haben. Nein, das war's. Sie sind raus hier. Als ob ich Schnüre akzeptiere. Das ist beleidigend. Sie müssen sich eine neue Bleibe suchen. Das müsste sich von selbst verkaufen. Ich liebe meinen Job. Ich bin ein richtiger Menschenfreund. Äh, das ist ja eine komische Dekoration. Was ist hier los? Steht das Haus zum Verkauf? Was? Wir werden rausgeschmissen? Was ist hier los? Das wird nicht passieren. Ach, wir haben so viel Schrott. Puh. Okay, wie geht's weiter? Mama? Was ist das? Oh, du hast es gesehen, hä? Wir müssen ausziehen. Ich will nicht. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur diese Kisten. Ich stelle die hier hin. Ich brauche auch meine Klebepistole. Ich mache oben auf die Kiste Kleber. Und klebe die zweite Kiste drauf. Jetzt lege ich sie auf die Seite. Ich klebe noch mehr Kisten obendrauf. Jetzt brauche ich diese Pappröhre. Ich trage Kleber auf die Seite der Kiste auf. Das sollte reichen. Ich drücke das Rohr gegen die Kisten. Hm, da fehlt noch was. Ich weiß. Das wird das Dach. Passt perfekt. Jetzt noch dekorieren. Die kleinen Details machen den Unterschied. Jetzt das Dach decken. Ich habe noch eine Zitrone aus Pappe gemacht. Und hänge noch Bommeln dran. Damit es lustig aussieht. Alles soll schön bunt sein. Das ist der letzte Handgriff. Jetzt habe ich einen Limostand. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich brauche noch Limonade. Ich denke, jetzt habe ich alles. Ich bin sehr glücklich damit. Jetzt das Band durchschneiden. Und ich bin bereit fürs Geschäft. Ich brauche nur noch Kunden. Puh, heute ist es so heiß. Hi, bekomme ich einen Becher? Genau, was ich jetzt brauche. Ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Wow, ich liebe Limonade. Komm mit. Zwei, bitte. Komm schon, nimm mein Geld. Aus dem Weg. Gib her, gib her, gib her. Yay. Wow, ich bin reich. Mama, schau mal, ich bin Unternehmerin. Aber Bankraub ist kein sicheres Geschäftsmodell. Komm mit, ich zeige es dir. Ich habe einen Limostand eröffnet. Wow, ich bin sehr stolz auf dich. Du bist fantastisch. Warte, du hast Kunden. Es ist genug für alle da. Das wird ein anstrengender Tag. Wer bekommt als nächstes? Okay, klasse. Wer kann diese Aufgabe lösen? Hm, hm. Ich, ich. Wie wäre es mit Sunny? Ja, danke, dass Sie mich dran nehmen. Oh, das ist hoch. Hier ist die Kreide, dann los. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das höre ich gerne. Hm, das läuft richtig gut. Das ist gut. Ich bin fertig. Was soll das denn? Äh, Frau Lehrerin? Ist das ein Scherz? Also, das muss einer sein. Dafür gibt es keine andere Erklärung. Und? Alles richtig? Äh, ich muss mir das anschauen. Also, interessant. Hier bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, die Lösung ist vier. Und was soll das sein? Wieso? Das ist die Zahl fünf. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Wie kann ich das korrigieren? Ich hab's. Zuerst brauche ich ein langes Stück Pappe. Da male ich die Zahlen drauf. Genau so. Die schneide ich dann aus. Und das verziere ich noch mit Perlen, damit es schön bunt ist. Genau das brauchen wir. Das ist eine Schablone für die Zahlen. Wow, so cool. Eine richtig tolle Idee. Hier, nimm sie und versuch es mal. Ich leg sie an die Tafel. Und zeichne die Zahl ganz einfach nach. So geht's viel einfacher. Ach, hätte ich das schon früher gehabt. Ich wusste, dass das klappt. Ich bin fertig. Ausgezeichnet, Sunny. Du verdienst eine Eins plus. Ich bin sehr stolz auf dich. Wow, wirklich? Wow. Mittagessen, okay? Wir sehen uns später. Tschüss. Wo ist meine Tasche? Das Schild kommt hierhin. Ah, jetzt kann's losgehen. Oh, eine Kundin. Hey, Mami. Oh, hi, Chloe. Willkommen in meinem Laden. Gefällt dir hier was? Ich habe keine Zeit dafür. Das soll 38 Euro kosten, nein. Ist okay, ich hab noch mehr. Was denn jetzt? Ein Flamingo. Süß. Ist verlockend, aber nein, danke, Süße. Ich muss meine Tasche finden. Da hab ich was für dich. Die ist heute eingetroffen. Meine Handtasche? Gib sie her. Das wird dich was kosten. Hm, ich habe kein Geld. Tut mir leid. Dann bekommst du sie nicht. Geld. Aber gut, ich spiele mit. Warte kurz. Ich muss nur was holen. Uh, glänzend. Sei nicht albern, Mama. Ich akzeptiere nur Bargeld. Ich hab's eilig, Chloe. Was mach ich denn jetzt? Warte. Ich hab eine Idee. Ja, ich denke, das wird klappen. Ich brauche die Handschuhe in diese Box. Bin gleich wieder da. Ich schneide Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache eine dünne Leimspur auf diese Kante. Das müsste reichen. Das klebe ich jetzt auf das Rechteck. Ich drücke es an, damit es festklebt. Das mache ich auch mit dem Rest. Die Endstücke haben kleine Schlitze. Als nächstes brauche ich einen Papierstreifen. Ich rolle den so auf. Das muss schön eng werden. Ein Stück lasse ich raushängen. Das schiebe ich dann durch den Schlitz. Sieht gut aus. Jetzt kommt Kleber auf den Rand dieses Kartons. Gut, dass ich Handschuhe anhabe. Ich klebe das oben auf die Box. Das ist etwas kleiner. So soll es auch sein. Jetzt zum letzten Teil. Ich trage Kleber an drei Seiten auf. Und dann klebe ich es schräg an. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt wird dekoriert. Ich trage Kleber an den Seiten auf. Dann kommt schwarzer Stoff drauf. Ich will keine Falten drin haben. Hinten ragt ein bisschen Stoff über zum Umklappen. Jetzt klebe ich weißen Karton auf. Für das Display und das Tastenfeld. Ich ordne die Zahlen gleichmäßig an. Jetzt brauche ich meine Kreditkarte. Puh, sie wird angenommen. Der Bon kommt oben raus. Ich hoffe, das gefällt Chloe. Finden wir es heraus. Ähm, kann ich jetzt mit Karte zahlen? Wow, das ist ja cool. Jedes Geschäft braucht einen Kartenleser. Mein Business läuft. Also, kann ich jetzt die Tasche kaufen? Hä? Oh, natürlich. Das hatte ich gehofft. Ich schiebe die Karte hier rein. Und ich schließe den Kopf ab. Schön, mit dir ins Geschäft zu kommen. Hier, bitte sehr. Endlich, jetzt kann ich los. Was war das? Wie kommt die denn dahin? Soll das ein Scherz sein? Hey, was mache ich denn jetzt? Angebot und Nachfrage, Mama. Zieh deine Kreditkarte gleich wieder durch. Brumm, brumm, quietsch, tutut. Das war ganz schön knapp. Aus dem Weg, ich komme. Niemand kann mich aufhalten. Das Zimmer wird gesaugt. Ich fühle mich so gut. Gibt's was Schöneres als das Schubidubidu. Wart mal. Tritt aufs Gas. Juhu. Schneller, schneller. Warum wird es hier immer so schmutzig? Hä? Der Sauger saugt nicht. Was ist los? Ich versteh's nicht. Der funktioniert nicht. Das ist seltsam. Wie kann das sein? Oh, ich hätte es wissen müssen. Hey, Mama. Lass uns fahren. Wirklich, Chloe? Ich mach hier sauber. Das wandert in den Müll. Oh, du bist eine Spaßbremse. Wenn ich es mir recht überlege. Das ist so ungerecht. Hey, warum guckst du mich so an? Ich hab eine Idee. Ich schneide solche Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauch ich meine Klebepistole. Ich beginne mit diesem Teil. Ich trage Kleber auf die Kante auf. Das reicht schon. Jetzt klebe ich das auf das große Rechteck. Das gleiche mach ich mit der anderen Seite. Ich habe diesen langen Streifen Pappe. Den kann ich biegen und formen. Ich benutze Kleber, um ihn zu fixieren. Das kommt erstmal beiseite. Ich habe ein Loch in den Limo-Deckel gemacht. Da schiebe ich jetzt zwei Strohhalme durch. Die müssen festsitzen. Und nicht rausrutschen. Aber mit Kleber fixiere ich sie noch. Ich trage den außen um den Deckel auf. Ich habe ein passendes Loch oben in den Karton geschnitten. Die Strohhalme kommen da rein. Und unten aus dem Loch wieder raus. Jetzt brauche ich noch mehr Limo-Deckel. Ich schiebe den Holzstab durch den Strohhalm. Der Halm ist etwas kürzer als der Holzstab. Die Limo-Deckel kommen an die Enden. Dann fixiere ich alles mit Kleber. Probieren wir es aus. Wow, wie schön das rollt. Ich befestige die unten am Karton. Ich muss noch ein paar Sachen anbringen. Wie Scheinwerfer und Fenster. Jetzt stülpe ich den Luftballon über den Limo-Deckel. Den Ballon blase ich auf. Und die Fahrt geht los. Aufgepasst. Was zum? Was ist das? Wow, das ist fantastisch. Ich wusste, dass es dir gefällt. Danke, Mama. Nicht der Rede wert, mein Schatz. Ich werde es gleich ausprobieren. Es ist soweit. Und los geht's. Wow, das gefällt mir. Das ist so schnell. Oh nein, oh nein. Jetzt macht es. Ups. Tut mir leid, Mama. Mama, ich hoffe, du bist versichert. Daran hätte ich früher denken sollen. Volle Fahrt voraus. Los. Das ist so spannend. Nein, ich werde verlieren. Weiter so, Mama. Kinder haben ist anstrengend. Das wissen wir. Und wir sind hier, um zu helfen. Wir haben uns tolle Hacks ausgedacht, die das Leben leichter machen. Es gibt keinen Grund, uns zu danken. Das ist unser Job. Ich liebe dieses Rouge. Oh, jemand ruft an. Ich sollte besser rangehen. Hallo. Oh, hey. Wirklich? Das glaube ich nicht. Pop, pop, pop. Oh, Mama telefoniert. Ich will das auch. Hä? Was du nicht sagst. Du hättest dabei sein sollen. Okay, bis später. Oh, äh, tschüss. Ich bin total erwachsen. Aber ich brauche ein richtiges Telefon. Ich sollte nicht. Aber ich kann nicht anders. Das perfekte Verbrechen. Oh, da ist ja mein süßes Mädchen. Erwischt. Rückzug, rückzug. Aber ich gebe nicht auf. Ganz langsam. Oh, du brauchst ein bisschen Puder. Kitzel, Kitzel. Äh, süß, Mama. Okay, jetzt aber. Oh, du willst mich umarmen. Das ist so süß. Ich brauche das. Ja, genau das hatte ich vor. Langsam wird's albern. Mami muss sich fertig machen. So bekomme ich nie das Telefon. Sieht gut aus. Ich brauche noch meine Handschuhe. Aha, sie ist abgelenkt. Jetzt aber schnell. Wir sollten uns unbedingt zum Essen treffen. Da sind sie ja. Die sind so schön weich. Hört sich gut an. Ups. Annie? Nein. Ich rette es. Wow, wie hast du das gemacht? Ich bin enttäuscht von dir, Annie. Tut mir leid, Mama. Mein Telefon ist kein Spielzeug. Warte. Vielleicht aber ein anderes. Ich habe eine tolle Idee. Diese Kiste ist perfekt dafür. Dann fange ich mal an. Ich beginne mit diesem Karton. Ich mache eine schnelle Skizze. Und zwar von einem Telefon. Ich bin eine Künstlerin. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Dann wird es realistischer. So weit, so gut. Jetzt kommt das Display. Dann mache ich drüben weiter. Das wird die andere Seite des Telefons. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Dann schneide ich das aus. Das war einfach. Ich drehe die beiden Teile um. Und jetzt brauche ich meine Klebepistole. Der Kleber kommt auf die Kante. Ich brauche nicht viel. Jetzt kommt das Stück Wellpappe ran. Ich klebe es an den Rand. Das wird die Seite des Telefons. Es kommt rundherum. Genau so. Das andere Teil kommt oben drauf. Das mache ich auch mit den anderen Teilen. Langsam nimmt es Gestalt an. Jetzt muss ich sie verbinden. Dafür nehme ich ein kleines Scharnier. Mit dem wird es gehen. Ich klebe es innen an den Karton. So kann man es aufklappen. Genau wie beim echten Telefon. Jetzt male ich es noch an. Ich nehme dafür meinen Korrekturstift. Für den Rand nehme ich einen pinken Marker. Jetzt umdrehen und die andere Seite ausmalen. Es kommt noch mehr. Ich klebe noch dieses süße Kätzchen drauf. Ich habe ein Fenster für das Display ausgeschnitten. Da schiebe ich dieses Bild ein. Und das war's. Ich werde es gleich Annie zeigen. Schau mal, was ich hier habe. Äh, versuchen wir es nochmal. Hallo, du willst mit Annie sprechen? Wow, unglaublich. Es ist für dich. Ist das ein Scherz? Wow, das ist so cool. Ich muss ganz dringend telefonieren. Hoffe, jemand geht ran. Hallo Annie. Du glaubst nicht, was ich für einen Tag hatte. Du wirst lachen. Erzähl mir alles. Äh, ich dachte, mehr Jungfrauen wären lustiger. Mama! Das hört sich nicht gut an. Mami kommt schon. Chloe, was ist los? Sag es, Mami. Mein Spielzeug ist langweilig. Oh, äh, warte mal. Hä? Was ist das? Probier's aus. Uh, das sieht lustig aus. Komm her, Entchen. So schöne Farben. Das gefällt mir. Das sollte sie beschäftigen. Und die Ente kommt obendrauf. Das war's. Mama! Was denn noch? Ich möchte doch nur lesen. Was ist los? Ich hab das fertig. Wow, du bist ein Genie. Ich hole dir etwas anderes. Bitte sehr. Viel Spaß. Und lass dir Zeit. Uh, das ist cool. Ich muss die Bilder zuordnen. Wie schwer wird das schon sein? Äh, überhaupt nicht schwer. Ja. Äh, langweilig. Mama! Nicht schon wieder. Oh, hey Pikachu. Wie geht's denn so? Was? Guck, ich bin damit fertig. Es muss doch was geben, was sie beschäftigt. Mal sehen. Komm schon. Denk nach. Nein, nichts. Was machen wir denn jetzt? Hm. Warte. Ich frag mich. Ja, ich hab's. Das ist die Lösung. Warte hier, Schatz. Ich brauch ein Stück Pappe. Und eine Schere. Ich schneide die Ecken ab. Denn ich will sie rund machen. Perfekt. Jetzt werde ich kreativ. Und dafür brauch ich einen Marker. Ich zeichne ein Quadrat auf den Karton. Das unterteile ich dann in Abschnitte. Ich mach ein Gitter. Und ich nummeriere jedes Quadrat. Jetzt schneide ich das Gitter aus. Und lege es erstmal beiseite. Ich habe hier ein rosa Blatt. Damit verklebe ich das Quadrat. Das ist schön leuchtend. Ich drehe es um. Und gehe mit dem Klebestift rüber. Das muss super klebrig sein. Denn es wird der Rahmen. Jetzt brauche ich ein weißes Blatt. Darauf male ich Herzchen. Als nächstes skizziere ich Pikachu. Ich darf keine Fehler machen. Chloe soll das bei Laune halten. Ich stehe total unter Druck. Das male ich noch schnell aus. Pikachu darf ich nicht vergessen. Ich hätte auch gerne so rosige Wangen. Es ist ein Kunstwerk. Jetzt zurück zum Gitter. Ich drehe es um. Und trage Kleber auf. Dann kommt das Bild drauf. Und streiche es glatt. Dann schneide ich es in Stücke. Und stecke es in den Rahmen. Ich ordne die Teile so an. Das ist ein hübsches Puzzle. Okay. Es ist fertig. Chloe wird es gefallen. Oh. Hätte ich fast vergessen. Ich muss die Teile verschieben. Oh Chloe. Ich habe etwas für dich. Siehst du das Pikachu? Das ist toll. Ich denke das klappt. Wünsch mir Glück. Das sieht kompliziert aus. Ich schiebe das Teil hier hin. Und das dahin. Ich muss mich konzentrieren. Und ich muss mich entspannen. Warte. Ein kurzer Check. Ah. Das ist gut. Das war das letzte Teil. Mama. Oh. Echt jetzt. Echt jetzt. Was? Guck's dir an. Guck's dir. Ah. Du bist schon fertig. Ich bin stolz auf dich. Ich will's nochmal machen. Das macht Spaß. Schnell Mama. Einfach die Schlaufe drüber ziehen und das war's. Danke, Mom. Okay. Versuchen wir es. Steh auf. Komm, Süße. Wee. Wee. Wow. Das ist fantastisch. Das ist viel besser als meine Rollschuhe. Hm. Das ist ungerecht. Bereit fürs Bett, Liebes? Machen wir es dir gemütlich. Okay. Schlafenszeit. Ich räume noch schnell das Spielzeug weg. Danke, Mom. Äh. Was ist das denn? Ist da jemand? Oh nein. Das kann nicht sein. Ein Monster? Ah. Nicht weggehen. Was machst du? Schon gut, Schatz. Du brauchst keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Warte kurz. Ich räume hier schnell auf. Hm. Das Klebeband könnte nützlich sein. Ich denke, ich weiß, wie ich ihr helfen kann. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Nimm eine Rolle und leg sie vor dir hin. Klebe dann zwei Streifen über die Rolle. Genauso. Und nun malst du das Klebeband aus. Nimm verschiedene Farben, um ein Muster zu machen. Wir machen einen Regenbogeneffekt. Ich lege mein Telefon hier hin, aber das Licht muss an sein. Wow. Das ist eine Nachtlampe. Nun kann mich das Monster nicht mehr holen. Nacht, Mom. Puh. Ah. Ich bin auch müde. Ich brauch meinen Schönheitsschlaf. Ah. Das fühlt sich gut an. Warte. Was ist das für ein Geräusch? Nope. Ich brauch meine eigene Nachtlampe. Jetzt werd ich süße Träume haben. Das wird großartig werden. Ich liebe den Pool. Mami, ich will schwimmen gehen. Oh, natürlich liebe es. Ich hol gleich deine Schwimmzügel raus. Oh, wo sind die denn? Ich dachte, ich hätte sie eingepackt. Olivia, stell dich mal da drüben hin. Äh, warum? Hm, wie wär's mit einem Ruder? Äh, auf keinen Fall, nein. Schwimmt Karton? Das ist eine ganz schlechte Idee. Mami? Das geht nicht. Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß. Nicht bewegen. Hier ist ein Schwimmreifen. Hey, Lady, der gehört mir. Such dir einen eigenen. Ich versuch's ja. Wenigstens hab ich eine Poolnudel. Warte mal, die kann ich gebrauchen. Schneide einen Teil der Poolnudel ab. Dann schneide mit einem Messer die Scheiben ab. Schneide dann das ganze Teil auf. Wiederhole das mit verschiedenen Farben. Und nun brauchen wir Kabelbinder. Fädel ihn durch die Löcher von zwei Schaumstoffscheiben. Und dann einfach festziehen. Mit den Kabelbindern werden die Scheiben miteinander verbunden. Und den Überschuss abschneiden. Nun kannst du schwimmen gehen. Ich fühl mich total schick. Mami, guck mal her. Arschbamme. Guck mal, ich schwebe. Oh, das ist so fantastisch. Du siehst gut aus, mein Schatz. Und ich kann mich entspannen. Hey, das ist cool. Ich will auch so eine Weste. Schnell, Mami. Ich komm hier. Das ist der beste Platz im Park. Mir ist langweilig. Mami, ich will spielen gehen. Geh aber nicht weit weg. Ich will dich noch sehen, okay? Viel Spaß. Juck. Juck. Braves Mädchen, Olivia. Dieses Buch gefällt mir sehr gut. Hä? Olivia? Wo ist sie denn hin? Olivia? Komm zurück! Oh nein, das ist ganz schlecht. Sie kann doch nicht weit gelaufen sein. Alles wird gut. Keine Panik. Olivia, liebes. Wo bist du denn? Ich hab überall gesucht. Das ist ihr Hut. Das ist ihr Hut. Olivia, komm sofort wieder hierher. Keine albernen Spielchen mehr. Hey. Oh, tut mir leid. Gib mir meinen Hut. Ich dachte, du wärst meine Tochter. Puh. Olivia, da bist du. Ich hab dich überall gesucht. Und hab mir total Sorgen gemacht. Mach das nicht nochmal, okay? Luftballons zu verkaufen. Nur zwei Dollar. Oh, der könnte nützlich sein. Das sollte gehen. Der Ballon verfeigt mich. Oh, sie ist so süß. Und ich kann sie überall sehen. Hä? Zwei Ballons? Oh. Hi. Oh hey. Gleicher Gedanke, was? Hallo? Warte kurz. Mami hat ein Meeting. Sei ruhig, Olivia, ja? Verstanden. Uh, das sieht spaßig aus. Wuhu. Was zur... Sch. Hä? Oh, ja, stimmt. Sorry. Machen wir weiter. Es ging um die Umsatzprognose für nächsten Monat. Die Prognosen sehen gut aus. Ich, äh... Flugtack hat ein Schuh? Mami, Mami, wer ist da lustig aus dem Mann? Olivia! Was habe ich dir denn gesagt? Das ist so frustrierend. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Klebe einen Streifen Klebeband quer über einen Hula-Hoop-Reifen. Und dann nochmal vertikal. Klebe den Hula-Hoop-Reifen immer wieder mit Klebeband ab, bis er etwa so aussieht. Olivia, ich hab was für dich. Sieh mal, ein lustiges Spiel. Das sollten sie eine Weile beschäftigen. Probieren wir das nochmal. Also, wo war ich? Geschafft! Ich bin die Beste in dem Spiel. Hey, Mami. Uh, lecker. Was, äh, was ist mit deinen Sachen passiert? Du bist, du bist total schmutzig. Näh, was soll's. Stopp! Wir müssen dich erstmal sauber machen. Aber Mom, ich hab Hunger. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Aha, damit wird das auf jeden Fall gehen. Später muss ich Wäsche waschen. Wenigstens hab ich jetzt ein sauberes Shirt. Ich hab ein sauberes T-Shirt für dich. Na gut, aber das wird ja auch schmutzig. Wie kann das denn immer sein? Sag nichts. Zieh das hier an. Oh, muss ich wirklich? Mom, du bringst meine Haare durcheinander. Schnell, Mami. Danke. Schon besser. Jetzt kannst du essen. Na, endlich. Hm, ich liebe das. Schau mal, die schokoladige Köstlichkeit. Nein! Mach das nicht. Ich kann nicht hinsehen. Schon okay? Einfach atmen. Moment. Diese Tüte bringt mich auf eine Idee. Uh, der ist schick. Mh, das schmeckt voll lecker. Ach, das klebt an meiner Hand. Schon besser. Ich könnte das den ganzen Tag essen. Und ich muss deine Wäsche nicht waschen. Okay, Mom, ich bin fertig. Dann ziehen wir dir das wieder aus. Ich muss nur die Tüte abnehmen. Heb die Arme mal hoch. Und deine Sachen sind schön sauber. Na, dann geh spielen. Bye, Mom. Bye, meine Süße. Es geht doch nichts über frisch gepressten Saft. Guten Morgen, Mom. Hier hast du ein schönes Glas Saft. Oh, ich will den nicht. Der ist eklig. Der ist gut für dich. Ich hätte lieber Schokolade. Keine Schokolade zum Frühstück. Aber, aber, dann versuch doch, mich aufzuhalten. Gib das her. Nein, nein, das ist meine. Jeden Morgen dasselbe. Moment. Vielleicht hilft mir dieses Pop-It. Das könnte nützlich sein. Ich denke, das wird klappen. Nimm ein Pop-It und befülle es mit Saft. Fülle es komplett auf. Leg das Pop-It in den Getrierschrank, bis der Saft gefroren ist. Hol ihn dann aus dem Pop-It raus. Wow, das sieht toll aus. Olivia wird's gefallen. Ich würde's essen. Olivia. Was? Guck mal, was ich hier habe. Was ist das? Koste mal. Wie du willst. Wehe, das schmeckt nicht. Oh, ich bin sehr gespannt. Mach weiter. Bitte. Das ist gut. Das ist wie Eis am Stiel. Danke, Mom. Und die hier kommen in den Müll. Einfach die Schlaufe drüber ziehen. Und das war's. Danke, Mom. Okay, versuchen wir es. Steh auf. Komm, Süße. Wee. Wow, das ist fantastisch. Das ist viel besser als meine Rollschuhe. Hm, das ist ungerecht. Bereit fürs Bett, Liebes? Machen wir es dir gemütlich. Okay, Schlafenszeit. Ich räume noch schnell das Spielzeug weg. Danke, Mom. Äh, was ist das denn? Ist da jemand? Oh nein, das kann nicht sein. Ein Monster? Ah, nicht weggehen. Was machst du? Schon gut, Schatz. Du brauchst keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Warte kurz. Ich räume hier schnell auf. Hm, das Klebeband könnte nützlich sein. Ich denke, ich weiß, wie ich ihr helfen kann. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Nimm eine Rolle und leg sie vor dir hin. Klebe dann zwei Streifen über die Rolle. Genauso. Und nun malst du das Klebeband aus. Nimm verschiedene Farben, um ein Muster zu machen. Wir machen einen Regenbogeneffekt. Ich lege mein Telefon hier hin, aber das Licht muss an sein. Wow, das ist eine Nachtlampe. Nun kann mich das Monster nicht mehr holen, Nachtmam. Puh. Ich bin auch müde. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Das fühlt sich gut an. Warte, was ist das für ein Geräusch? Nope, ich brauche meine eigene Nachtlampe. Jetzt werde ich süße Träume haben. Das wird großartig werden. Ich liebe den Pool. Mami, ich will schwimmen gehen. Oh, natürlich liebe es. Ich hole gleich deine Schwimmflügel raus. Oh, wo sind die denn? Ich dachte, ich hätte sie eingepackt. Olivia, stell dich mal da drüben hin. Äh, warum? Hm, wie wär's mit einem Ruder? Auf keinen Fall, nein. Schwimmt Karton? Das ist eine ganz schlechte Idee. Mami? Das geht nicht. Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß. Nicht bewegen. Hier ist ein Schwimmreifen. Hey, Lady, der gehört mir. Such dir einen eigenen. Ich versuch's ja. Wenigstens habe ich eine Poolnudel. Warte mal, die kann ich gebrauchen. Schneide einen Teil der Poolnudel ab. Dann schneide mit einem Messer die Scheiben ab. Schneide dann das ganze Teil auf. Wiederhole das mit verschiedenen Farben. Und nun brauchen wir Kabelbinder. Fädel ihn durch die Löcher von zwei Schaumstoffscheiben. Und dann einfach festziehen. Mit den Kabelbindern werden die Scheiben miteinander verbunden. Und den Überschuss abschneiden. Nun kannst du schwimmen gehen. Ich fühle mich total schick. Mami, guck mal her. Ah, Spamme. Guck mal, ich schwebe. Oh, das ist so fantastisch. Du siehst gut aus, mein Schatz. Und ich kann mich entspannen. Hey, das ist cool. Ich will auch so eine Weste. Schnell, Mami. Ich komme hier. Das ist der beste Platz im Park. Mir ist langweilig. Mami, ich will spielen gehen. Geh aber nicht weit weg. Ich will dich noch sehen, okay? Viel Spaß. Juck. Braves Mädchen, Olivia. Dieses Buch gefällt mir sehr gut. Olivia? Wo ist sie denn hin? Olivia, komm zurück. Oh nein, das ist ganz schlecht. Sie kann doch nicht weit gelaufen sein. Alles wird gut. Keine Panik. Olivia, liebes. Wo bist du denn? Ich habe überall gesucht. Das ist ihr Hut. Olivia, komm sofort wieder hierher. Keine albernen Spielchen mehr. Hey. Oh, tut mir leid. Gib mir meinen Hut. Ich dachte, du wärst meine Tochter. Olivia, da bist du. Ich habe dich überall gesucht. Und habe mir total Sorgen gemacht. Mach das nicht nochmal, okay? Luftballons zu verkaufen. Nur zwei Dollar. Oh, der könnte nützlich sein. Das sollte gehen. Der Ballon verfeigt mich. Oh, sie ist so süß. Und ich kann sie überall sehen. Hä? Zwei Ballons? Oh. Hi. Oh hey. Gleicher Gedanke, was? Hallo? Warte kurz. Mami hat ein Meeting. Sei ruhig, Olivia. Ja? Verstanden. Oh, das sieht spaßig aus. Wuhu. Was zur... Shh. Hä? Oh, ja, stimmt. Sorry. Machen wir weiter. Es ging um die Umsatzprognose für nächsten Monat. Die Prognosen sehen gut aus. Ich, äh, flog da gerade einen Schuh? Mami, Mami, wer ist der lustig aus in the man? Olivia, was habe ich dir denn gesagt? Das ist so frustrierend. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Klebe einen Streifen Klebeband quer über einen Hula-Hoop-Reifen. Und dann nochmal vertikal. Klebe den Hula-Hoop-Reifen immer wieder mit Klebeband ab, bis er etwa so aussieht. Olivia, ich hab was für dich. Sieh mal, ein lustiges Spiel. Das sollten sie eine Weile beschäftigen. Probieren wir das nochmal. Also, wo war ich? Geschafft. Ich bin die Beste in dem Spiel. Hey, Mami. Uh, lecker. Was, äh, was ist mit deinen Sachen passiert? Du bist, du bist total schmutzig. Ne, was soll's. Stopp, wir müssen dich erstmal sauber machen. Aber, Mom, ich hab Hunger. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Aha, damit wird das auf jeden Fall gehen. Später muss ich Wäsche waschen. Wenigstens hab ich jetzt ein sauberes Shirt. Ich hab ein sauberes T-Shirt für dich. Na gut, aber das wird ja auch schmutzig. Wie kann das denn immer sein? Sag nichts. Zieh das hier an. Oh, muss ich wirklich? Mom, du bringst meine Haare durcheinander. Schnell, Mami. Danke. Schon besser, jetzt kannst du essen. Na, endlich. Hm, ich liebe das. Schau mal, die schokoladige Köstlichkeit. Nein. Mach das nicht. Ich kann nicht hinsehen. Schon okay? Einfach atmen. Moment. Diese Tüte bringt mich auf eine Idee. Oh, der ist schick. Hm, das schmeckt voll lecker. Ach, das klebt in meiner Hand. Schon besser. Ich könnte das den ganzen Tag essen. Und ich muss deine Wäsche nicht waschen. Okay, Mom, ich bin fertig. Dann ziehen wir dir das wieder aus. Ich muss nur die Tüte abnehmen. Heb die Arme mal hoch. Und deine Sachen sind schön sauber. Na, dann geh spielen. Bye, Mom. Bye, meine Süße. Es geht doch nichts über frisch gepressten Saft. Guten Morgen, Mom. Hier hast du ein schönes Glas Saft. Oh, ich will den nicht. Der ist eklig. Der ist gut für dich. Ich hätte lieber Schokolade. Keine Schokolade zum Frühstück. Aber, aber, dann versuch doch, mich aufzuhalten. Gib das her. Na, na, das ist meine. Jeden Morgen dasselbe. Moment. Vielleicht hilft mir dieses Pop-It. Das könnte nützlich sein. Ich denke, das wird klappen. Nimm ein Pop-It und befülle es mit Saft. Fülle es komplett auf. Leg das Pop-It in den Getrierschrank, bis der Saft gefroren ist. Hol ihn dann aus dem Pop-It raus. Wow, das sieht toll aus. Olivia wird's gefallen. Ich würde's essen. Olivia. Was? Guck mal, was ich hier habe. Was ist das? Koste mal. Wie du willst. Wehe, das schmeckt nicht. Oh, ich bin sehr gespannt. Mach weiter. Bitte. Das ist gut. Das ist wie Eis am Stiel. Danke, Mom. Und die hier kommen in den Müll. Es geht um die Reihenfolge der Operationen. Okay, möchte jemand? Na los. Oh, okay. Ich weiß nicht so recht. Ach, diese Nagelhaut. Sie muss mal chillen. Warte, zieh ich die sieben ab? Das kann nicht stimmen. Nichts davon stimmt. Luna? Du rechnest nicht? Okay, gut. Ich versuch's. Reihenfolge der Operationen, stimmt's? Plus mein Taschenrechner. Wow, wie cool. Das ist mein Mathe-Distressor. Der erledigt die kniffligen Matheaufgaben. Nenn mich einfach Luna Einstein. Ich hab's. Ich bin so schlau. Schlau genug, um meinen Taschenrechner zu haben. Was? Wie kann sie vor mir fertig sein? Ich hasse den Matheunterricht. Oh. Es gibt so viel zu tun heute. Oh. Bleib da stehen, Fräulein. Was versteckst du vor mir? Aha. Eine Banane. Du kennst die Regel. Kein Essen. Na gut, dann ess ich sie eben jetzt. Okay, dann. Hm. Ich hasse es, Leuten beim Essen zuzusehen. Schon weg. Ih. Hey, so geht das nicht. Geh und heb sie auf. Ernsthaft? Oh, na gut. Oh nein. Oh je. Ein Schuh? Oh. Aua. Ich bin nicht die Einzige, die geflogen ist. Der ist schwer. Was ist da drin? Spickzettel? Ich kann's nicht glauben. Das ist keine Banane. Kannst du mir das erklären? Ähm, nicht wirklich. Eine Schande. Ein Tiefschlag nach dem anderen. Oh, blöde Banane. Und was mach ich jetzt? Ich brauche diese Notizen. Also müssen sie mit. Ich hab eine einfache Lösung für mein Mathe-Problem. Ich hoffe, ich hab hier genug Platz. So. Aber warte. Jetzt kommt die ultimative Tarnung. Ich kann ja nicht so einfach rein spazieren. Das muss wie ein Design aussehen. Tada. Schuhdesigner aufgepasst. Neuer Trend im Anmarsch. Jetzt kommt der Test. Bin wieder da. Halt, Spicker. Natürlich nicht. Ich verstecke nichts. Sehen Sie? Hm. Na gut. Geh rein. Man sieht sich. Was für eine Tortur. Aber ich brauch nicht lange. Die Antworten liegen mir zu Füßen. Hm. Sieht ziemlich richtig aus. Und dann heißt es, Chemie sei schwer. Ich kann die 1 plus förmlich riechen. So süß. Stimmt's? Yes. Ich hab's pünktlich geschafft. Ist das Timmy? Schau dir seine Haare an. Wow. It's Showtime. Upsi. Hä? Hey du. Wie geht's? Oh hey. Du glaubst, du kriegst ihn? Zwei können dieses Spiel spielen. Ich leg los. Oh nein. Mein Pulli. Och Manno. Unglaublich. Ach, was jetzt? Jemand hat einen schlechten Tag. Nicht mein Problem. Das ist mein Lieblingspulli. Warte mal. Der sieht aus wie eine Stricknadel. Operation Pulli kann losgehen. Raus mit der Mine und rein mit der Wolle. Okay, jetzt die Mine rein. Mit der schiebe ich den Faden durch. Dann ziehe ich ihn raus. Schnipp schnapp. Als nächstes brauche ich ein Post-it und doppelseitiges Klebeband. Das Ende des Fadens wird da draufgeklebt. Es bleibt kleben, während ich den Faden rausziehe. Jetzt zu meinem Design. Nein, das geht ganz einfach. Gleich fertig. Das war's. Jetzt schneide ich den ab. Wie niedlich. Das war eine Herzensangelegenheit. Siehst du? Los geht's. Hä? Das ist für dich. Willst du's? Oh wow. Ist das ein Herz? Sie mag mich. Ruf mich jederzeit an. Ich warte auf dich. Yay. Wirklich? Niemals. Das ist mein Timmy. Du meinst mein Timmy. Ach, gemein. Wie aufregend. Nur noch einmal schlafen. Dann ist es soweit. Ich freu mich so aufs Theater. Mann, hab ich schlecht geschlafen. Mir geht's nicht gut. Alles tut mir weh. Hallo Schlafmütze. Oh. Ich fühl mich nicht so gut. Oh. Mal sehen, ob du Fieber hast. Hier ist ein Fieberthermometer. Tu das auf deinen Kopf. Und dieser Hustensaft wird helfen. Mund auf. Igitt. Du musst dich ausruhen. Aber das Theater. Ich hab mich so drauf gefreut. Oh, das tut mir leid, mein Schatz. Aber du bist krank. Oh, obwohl. Moment mal. Ich glaube, ich weiß, was dich auffeitern wird. Nimm eine Schachtel und schneide ein Viereck hinein. Lege die Schachtel horizontal hin und klebe Klebestreifen auf das Loch. Wiederhole dies mit verschiedenen Klebebandfarben. Wechsel die Farben so lange ab, bis das Loch zu ist. Dann schneidest du das Klebeband ab. Und nun brauchst du zwei Taschentücher. Falte sie zusammen. Etwa so. Klebe die Taschentücher in das Innere der Schachtel. Mache zwei Schlitze in den Deckel. Und stecke Eisstiele hindurch. Und dann malst du Figuren und klebst sie an den Eisstielen fest. Bist du bereit für die Show? Wow, das ist ja toll. Wenn du nicht ins Theater kannst, kommt das Theater eben zu dir. Na, gefällt dir das? Wow, Zugabe. Das war etwas widerlich. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Jetzt sind wir beide krank. Na, toll. Ja, bist du das süßeste Mädchen auf der Welt. Das bist du. Komisch. Ich habe keine Tomaten gekauft. Oh. Tut mir leid, Lexi. Aber die brauche ich jetzt. Das ist kein Spielzeug. Vielen Dank. Oh, Kinder. Ist okay. Dann nehme ich eben was anderes. Aha. Nun noch die Nudeln rein. Wie soll ich mein neues Baby nennen? Aber zuerst braucht es ein Gesicht. Aha. Da ist es. Das passt doch gut, oder? Nein, nein, nein. Den nehme ich auch. Oh. So schnell gebe ich aber nicht auf. Daisy, das ist Moppy. Guck mal, wie verliebt wir sind. Hallo, Moppy. Du bist ja ein heißer Feger. Oh. Das reicht jetzt. Hä? Gib die her. Und du beruhigst dich jetzt. Und sitz dich. Heute ist kein schöner Tag. Ach, wenn ich sie doch nur beschäftigen könnte. Aber vielleicht kann ich das ja. Ihr zwei wartet hier. Es wird Zeit, kreativ zu werden. Und ich habe eine richtig tolle Idee. Bereit? Mit diesem Lineal zeichne ich eine gerade Linie. Dann kommt noch eine dazu. Und dann zwei Schräge. Genauso. Mit dem Cutter schneide ich entlang der Linien. Aber vorsichtig, das ist super scharf. Der Rand kann dann weg. Und dann kommen waagerechte Linien. Dann schräge Linien, die sie verbinden. Das mache ich für jeden Abschnitt so. Dann zeichne ich Kreise ein. Vorsichtig schneide ich jeden dann aus. Das kann ein paar Minuten dauern. Und raus damit. Auf zum nächsten Stück. Wieder kommt das Lineal zum Einsatz. Diesmal nehme ich einen Marker. Hoffentlich ist der Cutter auch noch scharf. Uh, schön auf die Finger aufpassen. Und die anderen Linien nicht vergessen. Und nun habe ich zwei Teile. Dann trage ich Heißkleber auf den Rand des Kartons auf. Auf jeder Seite. Dann zusammenkleben. Bup. Raus mit dir. Und nun umdrehen, denn ich mache innen drin weiter. Das Teil kommt dann hier rein. Und das hier unten. Okay, wir sind fast fertig. Tada. Wieder kommt Heißkleber an die Kanten. Dann so zusammenkleben. Und das kommt hier hin. Als nächstes kommen diese Teile. Siehst du, ist wie beim vorherigen Teil. Dann kommt das Seitenteil raus. Und nun mache ich Kleber auf das Stäbchen und platziere es hier. Und noch zwei. Sieht schon sehr gut aus. Dieses Teil wird hier unten festgeklebt. Nun kommt das Rückenteil dran. Mit Kleber wird es wieder festgeklebt. Dann durchsteche ich diesen Kreis hier. Man muss ein bisschen drücken. So, und nun kommt hier auch Kleber drauf. Und ein weiterer Kreis oben drauf. Dann kommt ein kleinerer. Und jetzt noch ein großer. Das hier brauchen wir nicht. Das kommt dann an diesen Streifen. So, ganz einfach. Und nun umdrehen und auf die Spieße schieben. Den Rest wieder abschneiden. Und der Kleber fixiert alles. Tada. Dieses Teil kommt hier unten hin. Und damit decke ich es ab. Sieht gut aus, aber es fehlt noch Farbe. Erinnerst du dich noch an die anderen Linien? Ich ziehe sie mit bunten Stiften nach. Und dann kommen noch Aufkleber drauf. Perfekt. Und nun brauche ich die. Sie werden auf die Kante geschoben. Dann nehme ich weißes Papier und einen Marker, um ein süßes Tiergesicht draufzumalen. Errätst du schon, was es ist? Ich schneide es aus, dann erkennst du es. Das wird nun auf das passende Pappstück geklebt. Siehst du? Die passt perfekt. Und schnipp. Jetzt kommen noch vier Schichten dazu, damit es höher wird. Wieder umdrehen und den Kleber drauf machen. Bevor der trocken ist, klebe ich die Schnur an. Ja, das sieht toll aus. Das sieht toll aus. Nun wird die Schnur hier durchgezogen. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Die Schnur kommt nun hier durch. Dann kommt das Dach drauf. Ziemlich cool, oder? Was sagst du dazu, Lexi? Das ist eine Katz-und-Maus-Jagd. Willst du es mal ausprobieren? Der Ball kommt hier rein. Versuche, an all diesen Löchern vorbeizukommen. Hier darf der Ball nicht reinfallen. Er ist hier oben. Verstanden? Und nun versuch du es mal. Okay, ich glaube, ich kann das schaffen. Oh Mann, das ist ganz schön wackelig. Warte, nein! Der ist im Käfig. Oh Mann. Hier, probier es einfach nochmal. Okay. Diesmal mache ich es viel vorsichtiger. Okay, es geht nach oben. Nicht da rein. Puh, okay, ich habe die Hälfte geschafft. Und fast ran. Warte. Hey, er ist drin. Mann, guck, ich habe es geschafft. Ja, das hast du, mein Schatz. Das macht voll Spaß. Das will ich den ganzen Abend lang spielen. Und zwei, ihr Mädels. Selfie. Hey. Aufmachen. Äh, habt ihr das gehört? Wer kann das sein? Äh, hi. Was ist hier los? Ihr nervigen Kinder und eure laute Musik. Oh, ich versuche zu schlafen. Was? Wer hat die Oma bestellt? Oma? Und er hört. Dir werde ich's zeigen. Kann eine Oma sowas? Ah. Was für ein Adrenalin-Kick. Das war gut. Das war gut. Okay, das war ziemlich übertrieben. Ich hätte leiser machen sollen. Hast du das gesehen? Und was machen wir jetzt? Guck's dir an. Das geht nicht mehr. Die Oma war echt wütend. Kann jemand beatboxen? Die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen, Mädels. Aber, aber... Ach, das ist voll mies. Wenigstens habe ich Snacks und Getränke. Und muss nicht teilen. Hm, das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche noch eine Pappröhre. Die hat die perfekte Größe. Jetzt brauche ich mein Telefon. Ich mache unten einen Strich. Das war's. Jetzt schneide ich das aus. Die Rolle braucht noch Farbe. Mir gefällt Lila. Ich bemale sie komplett. Schon trocken. Jetzt brauche ich zwei Becher. Ich habe Löcher reingeschnitten. Die stecke ich an beide Enden des Rohrs. Genauso. Und fertig. Ich habe ein Lautsprechersystem gebastelt. Probieren wir es aus. Ich stecke mein Telefon in den Schlitz. Und spiele meine Musik ab. Jetzt lasst uns tanzen. Das ist schon besser. Coole Party, Grace. Ich denke, alles ist bereit. Oh, hey, Mindy. Du bist schon da. Hier wohnst du? Oh, na ja. Hi. Setz dich. Mach's dir bequem. Hoffe, du magst Chips. Ich lieb die. Oh, okay. Danke. Ich habe auch Hunger. Hm, das klappt nicht. Ich war heute bei der Maniküre. Hm, ich komme nicht dran. Na los, ich will diese Chips. Total frustrierend. Okay, jetzt aber. Oh, mein schöner Fingernagel. Das ist deine Schuld. Wow, warte, ganz ruhig. Ich kriege das wieder hin. Und ich brauche nur diese Untersetzer. Na gut, den Karton. Guck's dir an. Ich lege sie auf den Tisch. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber an der Kante auf. Aber nur auf einer Seite. Den klebe ich auf das andere Stück. Ich drücke es an, damit es auch fest klebt. Aus dem Stück habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Ich trage wieder Kleber auf und klebe es hier hin. Jetzt klebe ich ein rundes Stück Pappe auf dieses Quadrat. Direkt in die Mitte vom Rand. Und auch auf der anderen Seite. Jetzt wickle ich den Karton um die Kreise. Mit diesen Streifen kann ich das fixieren. Das scheint zu halten. Ich habe in beide Kreise ein Loch gemacht. Und da stecke ich einen Holzspitz durch. Perfekt. Das kommt jetzt in meine Box. Ich habe ein Loch in jede Seite gebohrt, damit das hält und sich dreht. Jetzt mache ich die Box fertig. Oben drauf kommt eine Scheibe. Ich habe noch zwei Boxen gemacht. Auf so ein Stück Karton kommt oben Kleber drauf. Das wird meine Basis. Ich halte es fest, bis es klebt. Puh, jetzt noch die lange Seite. Auf den Boden klebe ich noch ein langes Stück Karton. Jetzt kommen da meine Boxen rein. Ich habe sie oben angeordnet. Sieht gut aus. Jetzt haben wir einen Chips-Spender. Wow, der ist fantastisch. Hm, ich nehme die hier. Der funktioniert nicht. Soll das ein Bit sein? Ach, ich zeig's dir. Dreh einfach die Scheibe. Und die Chips fallen in den Becher. Wow, das ist echt cool. Und ich habe mir keinen Fingernagel abgebrochen. Hm, die mag ich. Ich habe jetzt auch Appetit. Und ich habe mir welche verdient. Hm, die sind lecker. So schlimm ist das doch nicht. Nee, ist cool. Mein Bild sieht toll aus. Was mache ich jetzt? Ich spiele ein bisschen. Ra, ra, nimm das. Ich liebe Dinos. Die sind voll cool. Und wären die besten Haustiere. Na egal, wo war ich? Ach ja. Oh, meine Grace. Sie hat eine so lebhafte Fantasie. Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun. Hm, mal überlegen. Oh, das würde ihr gefallen. Aber das ist zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Was mache ich jetzt? Warte mal. Ich kann ihr stattdessen etwas basteln. Dafür brauche ich nur ein paar Kisten. Und wir haben mehr als genug. Ich fange mit dieser großen Kiste an. Und hier ist meine Schere. Ich mache hier einen diagonalen Schnitt. Der geht runter bis zur Ecke. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber entlang der Kante auf. Aber ohne ihn zu verschmieren. Jetzt klebe ich die Klappen zusammen. Und hier mache ich ein Loch rein. Aus der zweiten Kiste habe ich einen Dinosaurierkopf gemacht. Der kommt oben drauf. Jetzt anmalen. Grün passt perfekt zum Dinosaurier. Und mit Sprühfarbe geht's richtig schnell. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache eine Liniekleber auf den Kopf, um dieses stachelige Teil drauf zu kleben. Sieht gut aus. Das mache ich auch auf der Rückseite. Ich fange oben an und gehe nach unten. Hier kommt der Schwanz ran. Jetzt noch die letzten Details. Probier es an, Süße. Oh, wie cool. Ich bin ein echter Dino. Roar. Huah, bleib zurück. Ich werde dich kriegen. So furchterregend. Ich könnte einen Tag im Spa vertragen. Aber was soll ich machen? Und wenn ich mir diesen Schmuck anschaue? Früher hatte ich Diamanten und goldene Armbänder. Alles hat sich extrem geändert. Aber ich finde den hübsch, Mama. Du siehst immer so schön aus. Das ist lieb von dir. Ich muss los. Tschüss, Grace. Hab einen schönen Tag, Mama. Das ist meine Chance. Ich kann in Mamas Schmuckkästchen blündern. Wow, die ist schön. Ich werde wie ein Model aussehen. Was ist hier noch drin? Schicke Ohrringe. Und diese Ringe. Wow. Endlich zu Hause. Ich fühle mich so erwachsen. Mama ist schon zurück? Oh, das ist nicht gut. Hi, Grace. Ich bin wieder da. Ich muss mich entspannen. Was mache ich jetzt? Alles verheddert. Ich bekomme voll den Ärger. Komm schon. Oh, das klappt nicht. Trosseln wir das Tempo. Perfekt. Wow. Hey, das ist ziemlich cool. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Äh, Mama? Sie merkt nicht, dass ich hier bin. Hey, ich kann den Karton nehmen. Ist genau, was ich brauche. Ich lege meine Hand drauf und zeichne drumherum. Ich mache den Umriss meiner Hand. Das wird toll. Und Mama wird beeindruckt sein. Okay, das ist geschafft. Jetzt schneide ich die aus. Dann kommt Kleber drauf. Ich trage den auf die Handfläche auf. Es darf nicht zu wenig sein. Das sieht gut aus. Da klebe ich eine zweite Hand drauf. Und dann wird es angemalt. Dieses Orange ist schön leuchtend. Gefällt mir. Jetzt muss es trocknen. Ich mache noch einen Sockel aus einem runden Stück Karton. Und so sieht es fertig aus. Schlag ein. Oh, ich habe Mama vergessen. Ich kann nicht den ganzen Tag rumhängen. Ich habe noch einiges zu tun. Entschuldigung. Ich muss durch. Ups, die hätte ich fast vergessen. Das Rumgehetze macht hungrig. Ich brauche einen Snack. Und ich weiß, wo ich denn herbekomme. Mama hat sicher nichts dagegen. Lecker. Du bist doch eher auf Diät, Mama. Puh. Ich bin fix und fertig. Zurück zur Normalität. Hey, Mama. Was ist hier los? Schau dir meine Halsketten an. Was hast du getan? Kein Grund zur Panik. Alles unter Kontrolle. Äh, was ist das? Ist das für meinen Schmuck? Was für eine gute Idee. Ich stecke hier meine Ringe drauf. Das ist großartig. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Unglaublich, dass du das gemacht hast. Du bist so begabt. Ja, ich weiß. Und das ist wirklich handlich. Verstanden? Du verdienst eine Belohnung. Hä? Wie ist das passiert? Sehr seltsam. Danke, Mama. Mh, ich liebe Schokolade. Voll lecker. Hier, bitte sehr. Danke, Schatz. Lass dich umarmen. Richten wir dein Make-up. Nicht bewegen. Das kitzelt. Hatschi. Hm, was nun? Wo ist meine Make-up-Tasche? Mal nachdenken. Mh, Lippenstift? Diese Farbe wird dir richtig gut stehen. Bist du sicher? Wie sieht es aus? Wunderschön. Nun zum Lidschatten. Oh, hübsch. Ich will auch spielen. Jennifer hat immer die besten Sachen. Oh, was ist das? Einhörner. Eine Sache brauchen wir noch. Hä? Was machst du da? Gib das her. Nein, das gehört mir. Oh, oh. Ich muss los. Du kleine Göhre. Schau, was du gemacht hast. Keine Sorge, ich kann das reparieren. Ich brauche nur diesen Eisstiel. Mh. Ich habe noch ein paar mehr davon und etwas Kleber. Ich streue das Glitzer auf einen Teller. Mehrere verschiedene Farben. Jetzt benutze ich den Klebestift. Ich trage ihn auf die Eisstiele auf. Und drücke sie dann in das Glitzer. Ich muss nur sicher gehen, dass sie komplett bedeckt sind. Nun die anderen. Das sollte reichen. Und nun lege ich alle auf Schaumpapier. Ich habe noch mehr davon. Aus diesem Glitzerschaum schneide ich zwei Kreise aus. Beide haben eine gerade Kante. Ich trage etwas Kleber auf den Schaumstoff auf. Okay, und nun klebe ich die Kreise an. Deshalb haben sie eine gerade Kante. Ich klebe den Schaum um den Kreis. Und nun kann ich das Blatt mit den Eisstielen anbringen. Das sieht gut aus. Und ich klebe diesen Flüschball an. Und noch einen, um einen Verschluss zu bekommen. Wie findest du es? Wow, großartig. Hier kannst du dein ganzes Make-up aufbewahren. Du bist die Beste. Lass es uns ausprobieren. Ich kann's echt nicht glauben. Das ist perfekt für mein Make-up. Freut mich, dass es dir gefällt. Hey, was macht ihr? Was ist das? Bleib schön fern. Mama, Jennifer ist so gemein. Ich weiß, ich habe noch mehr Eisstiele. Hier gibt es eine ganze Menge Müll. Es ist nur eine Ratte. Sie will zu den Drähten. Wack es nicht. Nein, halt. Sie hörte nicht zu, Ashley. Halt mich, das ist nicht gut. Keine Sorge, ich habe eine Taschenlampe. Zeig den Monster nicht, wo ich bin. Nimm die. Hier muss es doch etwas geben, das wir verwenden können. Schau mir mal hier drüben nach. Müssen wir das tun? Ja, Justin, das ist ernst. Na gut, ich schaue in dieser Kiste nach. Es ist nur altes Spielzeug und... Eine gigantische Riesenspinne. Oh, es ist nur ein Spielzeug. Justin, konzentriere dich. Es tut mir leid. Ich kann nicht glauben, dass du mein Bruder bist. Das ist so peinlich. Ich versuche mein Bestes. Ich schaue hier drüben nach. Ah, das Monster hat mich erwischt. Warte mal, das sind nur Lichterketten. Was machst du jetzt? Lass mich dir helfen. Oh nein, du hattest recht. Womit? Die Monster! Nimm Justin, ich bin die Kluge. Hä? Oh, noch mehr Lichterketten. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Was? Was machst du denn da? Ich glaube, wir können diese Lichter benutzen. Aber wir brauchen noch etwas anderes. Jetzt an die Arbeit. Wir beginnen mit dem Zeichnen auf dem Karton. Ich zeichne einen Planeten. Es ist so einfach. Und ich werde ein paar Sterne zeichnen. Das sieht ja gut aus. Nun müssen wir Löcher in den Karton stanzen. Schraubendreher sind perfekt dafür. Wir setzen die Löcher entlang den Umrissen der Sterne. Wir werden das gleiche mit dem Planeten tun. Okay, ich denke, das sollte reichen. Jetzt stecken wir die Lichterketten durch die Löcher. Keine Lücke verpassen. Die andere Seite des Kartons ist schwarz. Das Ergebnis wird also erstaunlich aussehen. Hängen wir ihn an die Wand. Das ist die perfekte Stelle. Gut gemacht. Darauf bin ich sehr stolz. Äh, Ashley, sollte das nicht aufleuchten? Hast du den Stecker eingesteckt? Ah, ich habe was vergessen. Okay, alles in Ordnung. Wow, das ist wunderschön. Das ist es wirklich. Es fühlt sich jetzt nicht mehr so beängstigend an. Es wird sein, als säße man unter den Sternen. Okay, was jetzt? Es gibt so viel zu tun. Lass uns das erst mal genießen. Das ist schön. Ach, hier steckst du, Quietsche-Entchen. Quack, quack, kleiner Freund. Was hat mein Koffer noch so zu bieten? Da ist es. Ich kaufe mir einfach Spaß. Jetzt muss ich etwas warten. Was machst du denn? Hey, sei vorsichtig. Du bist echt schräg. Das sollte reichen. Es hat geklappt. Na, sieh mal einer an. So cool. Das gefällt mir. Da gibt es so viel zu tun. Hey. Huhu. Was ist denn? Darf ich mal? Bitte? Nur zu. Sie darf nicht sehen, wo ich mein Geld habe. Ich habe genug Geld. Wie du meinst. Da ist es. Wow, sind das viele Teddybären. Konzentration. Die kommt jetzt in den Koffer. Hoffentlich klappt das. Wie aufregend. Huhu. Was ist das? Das ist aber enttäuschend. Oder auch nichts. Du brauchst zwei Kartonstücke. Schneide ein Viereck davon aus. Lege sie übereinander. Male sie bunt an und runde die Ecken ab. Jetzt brauchst du einen weißen Stück Karton. Male einen Hasen darauf. Jeder Hase liebt Karotten. Oh, wie niedlich. Male ihn bunt an. Vergiss nicht die Karotte. Male nicht über die Linien. Das ist eine saftige Karotte. Schneide den Karton in Vierecke. Etwa so. Dann legst du sie in den Kartonrahmen hinein. Lass ein Viereck frei. Jetzt kannst du die Stücke bewegen. Das ist ein tolles Puzzle. Echt tricky. Aber so lustig. Geschafft. Den Koffer brauche ich nicht mehr. Gleich nochmal. Fühlt sich das gut an, Rover? Es geht doch nichts über eine gute Massage. Oh, Justin ruft an. Ich muss dran gehen. Ich habe ganz vergessen, dass wir uns heute treffen wollten. Hey, Justin. Ich mache mich gerade fertig. Okay, bis dann. Tschüss. Ich muss mich beeilen. Mein Oberteil ist voll mit Fell. So kann ich nicht rausgehen. Die Haare sind überall. Oh, wie nervig. Das ist mein Lieblingsoutfit. Schätze, ich muss mich umziehen. Ich muss mich beeilen. Schon besser. Was? Verurteilt mich nicht. Das ist bequem. Aber was mache ich nur mit Rover? Ich werde ihn sicher nicht bei Chris lassen. Oh, ich weiß schon. Ich schnappe mir einfach ein paar Klamotten. Meine Lederjacke. Oder der langweilige Pulli von Chris. Der langweilige Pulli gewinnt. Ich brauche auch ein paar seiner T-Shirts. Ich stopfe den Pulli mit ihnen aus. Das sollte reichen. Und ich kann diesen Schädel benutzen. Der kommt in die Kapuze. Und fertig ist mein Hundesitter. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Hey, Rover, komm her. Ich will dir jemanden vorstellen. Nein, dieser gruselige Typ wird auf dich aufpassen, während ich bei Justin bin. Keine Sorge, er weiß nicht. Ich rede von Rover. Machst du bequem? Hey, Justin, wir müssen das verschieben. Ich habe einen Notfall. Äh, Chris hat sich einen Nagel abgebrochen. Du bist meine beste Freundin, Mimi. Ich könnte dich den ganzen Tag kuscheln. Dein Fell ist so schön weich. Nein! Nein, hör auf! Wie geht? Ich glaube, ich habe was davon verschluckt. Ich bin klatschnass. Ist schon gut. Ich weiß, dass es deine Art ist, Liebe zu zeigen. Aber ich muss mich umziehen. Ich stinke. Ich kann es echt nicht glauben. Naja, wenigstens nur Pippi. Ich ziehe mich besser um. Was ist mit meinen Klamotten passiert? Sie sind alle weg. Was mache ich denn jetzt? Da gibt es noch eine Lösung. Ich muss Mindis Klamotten anziehen. Hm, steht mir irgendwie ganz gut. Mimi, du musst schon wieder? Warte, ich habe eine tolle Idee. Und fertig. Mimi, ich habe dir ein Klo gebaut. Komm her. Hier hast du etwas Privatsphäre. Fertig? Vergiss nicht, deine Pfoten zu waschen. Ich bin so stolz auf dich. Oh, was für ein Tag. Uh, das ist ein schöner Platz zum Sitzen. Wow, hier ist es bezaubernd. Ich bin so gern in der Natur. Oh, so ein süßes Eichhörnchen. Hey, kleiner Kerl. Oh, darf ich dich zeichnen? Nicht bewegen. Ups, das war knapp. Sorry, ich brauche noch eine Minute. Vielleicht, wenn ich mich an die Bank lehne. Moment noch. Ach nee, das wird nichts. Ich kriege es nicht gebacken. Warum muss das denn so schwer sein? Oh, das ist so frustrierend. Oh, die Pizza sieht aber lecker aus. Kann ich dir helfen? Hi. Könnte ich die Schachtel haben? Ich zahle auch dafür. Äh, ja. Aber nicht die Pizza. Oh, cool. Jetzt kann ich mir noch eine kaufen. Das ist mein Glückstag. Das hier ist genau das, was ich brauche. Damit halte ich den Deckel oben. Und dann lege ich mein Blatt da drauf. Und ich habe eine Staffelei wie ein Künstler. Und nun kann ich dich malen. Oh, aber ich kann die Pizza-Lady malen. Das sieht schon gut aus. Aber Porträts sind eine echte Challenge. Pizza ist das einzig wahre Essen. Hey, du warst echt ein tolles Modell. Was hast du gesagt? Sag mal, malst du mich etwa? Das muss ich mir ansehen. Ich bin einfach mal ganz leise. Niemals. Das ist unfassbar. Das ist ein wahres Meisterwerk. Wow. Du hast mich erschreckt. Das bist du. Ich hoffe, dir gefällt's. Gefällt mir sehr. Darf ich's dir abkaufen? Na klar. Danke, du bist echt eine richtige Künstlerin. Das ist so nett. Mama, Mama. Hi. Ich komme. Oh, bist du in Ordnung? Das tut weh, Mami. Guck. Oh, Schatz. Warte kurz. Ich hab hier was. Wir legen etwas Baumwolle drauf. Das wird die Blutung stoppen. So geht's. Danke, Mami. Alles für mein Baby. Sind das Bonbons? Die riechen nach Schokolade. Schmecken auch so. Jackpot. Eine ganze Schüssel voll. Oh nein. Kommt da jemand? Ich seh nix. Nur ein Haufen Möbel. Mr. Bear. Sch. Oh, Eddie. Was machst du da? Pass auf, wo du hintrittst. Ah. Ich falle. Ah. Pass auf deinen Kopf auf. Oh. Du hast mich gerettet. Das war viel zu knapp für meinen Geschmack. Ich hab eine Idee. Schwämme können viel mehr als putzen. Die sorgen für eine weiche Landung. Wow. Das ist fantastisch. Warum testest du sie nicht? Ich fühl gar nichts. Perfekt. Was noch? Wow. Cool. Beeil dich, Schatz. Wir sind spät dran. Mama. Ich geh gerne mit dir shoppen. Ja, Liebes. Und jetzt bleib hier stehen. Ich muss alles einladen. Annie? Oh. Versuchst du dich zu verstecken? Denn das machst du nicht gut. Komm hoch. Bitte weiche nicht von meiner Seite. Bleib genau hier. Okay, Mami. Ist es das, was ich denke? Also gut. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Annie? Was machst du da, Annie? Oh. Hi, Mami. Los, komm. Oh, aber ich will nicht. Wir sind gleich da. Okay. Die noch. Dein Ernst, Annie? Was machst du jetzt? Du und diese Herzchen. Das muss sich ändern. Aha. Wir brauchen einen Kreis. Da lege ich meine Hand drauf. Jetzt zeichne ich sie mit einem Marker nach. Schön langsam und ordentlich. Gleich geschafft. Schön. Jetzt male ich den äußeren Bereich aus. Ich nehme ein leuchtendes Orange. Eine andere Farbe ist natürlich auch möglich. Und schon fertig. Das klebe ich aufs Auto. Keine Bange. Das geht wieder ab. So, schön andrücken. Annie. Komm her, Schatz. Hand drauf. Wow. Das ist ja fantastisch. Mein eigener Handstempel. Das ist cool. Nicht bewegen, okay? Die Hand liegt noch drauf. Das machst du toll, Schatz. Oh, sieht der Park nicht schön aus. Heiliger Bim Bam. Cool. Uh. Hi. Eva. Guck mal, wie hoch ich bin. Du kommst wieder runter und zwar sofort. Nein. Nie hört sie auf mich. Oh, Eva. Mr. Banane, ich komme. Autsch, ich habe einen Splitter. Genau deshalb klettert man nicht auf Bäume hoch. Doch was für eine Mutter wäre ich, wenn ich keine Tricks auf Lager hätte. Keine Pinzette dabei? Kein Problem. Nur ein kleiner Ruck. Hab ihn. Siehst du? Du bist eine Magierin, Mom. Danke. Bye, bye. Hey, Eva. Brumm, brumm. Das Boot fliegt durch die Luft. Uff, das sind viele Lebensmittel. So schwer. Ich stelle die erst mal auf den Tresen. Oh, guck dir diese Torte an. Ich liebe Torte. Ich werde die aufessen. Warte, vielleicht schneide ich mir nur ein Stück ab. Diese Tomaten sind wirklich frisch. Schatz, hast du... Messer. Was machst du mit dem Messer? Nein. Leg das weg. Du schneidest dich noch. Stopp. Ich rette dich. Was waren das für Geräusche und Erschütterungen? Gib das her. Du kennst die Regeln für den Umgang mit Messern. Ich will ein Stück Torte und dafür brauche ich das Messer. Messer sind zu gefährlich für dich. Hier. Ich mache dir stattdessen ein Papiermesser. Ich muss nur noch den Griff an die Papierklinge anbringen. Bitte sehr, Schatz. Dieses Messer darfst du benutzen. Juhu. Ein Messer nur für mich. Jetzt kann ich Torte essen. Ich werde mir ein großes Stück abschneiden. Ich liebe Torte. Ich weiß. Und ich kümmere mich um den Einkauf. Du bist jetzt sicher. Also, wo habe ich die Tomaten hingetan? Mh. Die Torte ist so lecker. Richtig gut. Ich will mehr. Noch zwei Stücke. Die schiebe ich mir in den Mund. So gut. Oh. Mami hat doch Süßigkeiten gekauft. Ich liebe Süßigkeiten und Schokolade. Puh. Endlich habe ich die Lebensmittel ausgeräumt. Warte mal. Ist er immer noch die Torte? Du hast die ganze Torte und die Schokolade gegessen. Wo hast du die überhaupt her? Das bilde ich mir doch nur ein. Mami ist komisch. Oh. Unglaublich, dass er das alles gegessen hat. Das war eine ganze Torte. Nein. Aber ich will die. Nein. Du hattest schon viel zu viel. Du bist gemein. Die gemeinste Mami aller Zeiten. Jetzt muss ich auch noch dieses Chaos aufräumen. Unbegreiflich, wie er an die ganze Schokolade gekommen ist. Hm. Das bringt mich auf eine Idee. Ich lege ein bisschen was von der Schokolade in die Schüssel. Die werde ich in der Mikrowelle schmelzen. Aber nicht zu lange. So. Das war's. Sie ist fertig. Ich will sie ja nicht kochen. Schön geschmolzen. Ich gieße die jetzt in diese Form. Schau dir all die geschmolzene Schokolade an. Die riecht so gut. Puh. So. Das war's. Die Schokolade ist in der Form. Und jetzt ist sie auch noch fest. Nicht mehr geschmolzen. Das heißt, ich kann sie aus der Form holen. Ich muss nur noch den Brokkoli fertig schneiden. Noch ein paar Schnitte. Dann bin ich fertig. Mama, was machst du da? Ich habe Hunger. Ich will einen Snack. Oh. Hier. Du kannst das als Snack essen. Hä? Was ist das? Brokkoli? Ekelhaft. Niemals. Schon klar. Nur wenige Kinder mögen rohen Brokkoli. Gut, dass ich dieses neue Schneidebrett habe. Denn ich könnte einen kleinen Snack vertragen. Mh. Köstlich. Ich werde fernsehen. Vielleicht läuft meine Lieblingssendung. Hä? Was ist das für eine Sendung? Die habe ich ja noch nie gesehen. Wow. Tattoos. Tattoos sind so cool. Uh. Spider-Man ist mein Favorit. Er ist der allerbeste. Ich wünschte, ich könnte Spider-Man sein. Ich wäre der allerbeste. Hey. Was ist das? Oh. Noch mehr Tattoos. Ich will eins. Die sind cool. Ich will auch cool sein. Puh. Alle Besorgungen sind erledigt. Hey. Bleib stehen. Wo willst du hin? Ich lasse mir ein Tattoo stechen. Warte. Was? Absolut nicht. Na. Gut. Oh je. Dieser Junge und seine Ideen erst eine Herausforderung. Hm. Ich frage mich, ob es schon eine neue Folge meiner Lieblingsserie gibt. Hi Mama. Hallo Schatz. Was gibt's? Oh mein Gott. Was hast du getan? Du hast deine Arme voll gemalt. Das sind Tattoos, Mama. Sind die nicht cool? Nein, 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 nein. Wir müssen das abwaschen. Gut, dass der Permanentmarker noch nicht trocken ist. Aber Mama, das waren meine Tattoos. Die hab ich gemacht. Alle meine Tattoos sind weg. Das ist ungerecht. Tut mir leid, Schatz. Aber du bist doch zu jung für Tattoos. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Lass mich mit dieser Kappe Kreise markieren. Jetzt nehme ich diesen Stift, um die Kreise nachzuzeichnen. Wir können das später einfach abwaschen. Und jetzt kommt mit diesem roten Stift Farbe ins Spiel. Das geht ganz gut. Ich werde das rote Design mit schwarz umranden. Dann kommt es besser zur Geltung. Und dann spiegeln wir das Design mit einer schwarzen Linie. Okay, das ist gut. Weißt du was? Wir nehmen noch blau. Wir machen ein neues Muster an die Seiten. Aber die blauen Linien sollten gleich aussehen. Ich fülle sie noch ein wenig aus. Und dann kommt hier oben noch was hin. Und fertig. Was sagst du dazu? Wow, ein echtes Tattoo. Das ist so cool. Ja, ich bin der coolste. Danke, Mama. Gern geschehen, mein kleiner Rocker. Ist er nicht unglaublich süß? Er hat sich einen Snack verdient. Mund auf. Ich glaube, es schmeckt ihm, siehst du? Er zieht es ja mit einem Schluck ab. Wow, dann ist klar, was nun folgt. Hier, mein Kleiner. Machen wir einen Verdauungstanz. Okay, ich glaube, es ist soweit. Viel Spaß, kleiner Mann. Ich glaube, ich kann es kommen sehen. Eww, irgendwie eklig. Aber cool. Fertig. Fühlt sich an wie nasser Sand. Uff, das ist eklig. Komme. Hey, weg da. Uff. Ich lasse dir sicher nicht den Vortritt. Und los geht's. Uff, der Boden ist echt hart. Fast geschafft. Mir kommt heute sicherlich kein Bett in die Quere. Wuhu. Gute Landung. Gah, lauf nicht so schnell, okay? Ha, ich bin drin. Mir doch wurscht. Morgenliche Haarroutine check. Was für wunderschönes Haar. Mundgeruch? Adieu. Alles Teil des Prozesses. Und nun folgt dein Badezimmerkonzert. Ja, hebt eure Hände hoch. Was in aller Welt macht sie da drin? Aber es ist erst ein guter Morgen nach dem morgendlichen Druck ablassen. Schreibt sie da drin ein Buch oder was? Moment mal. Ich weiß, wie ich das Ganze etwas beschleunigen kann. Ha. Was ist denn hier los? Das sollte ja eine Lehre sein. Das ist echt gemein. Aber ich glaube, ich kann das noch retten. Mit Hilfe von diesem Teil hier. Hänge es einfach an die Toilettenschüssel. Schließe den Deckel und es werde Licht, Baby. Und das in jeder beliebigen Farbe. Meine ganz persönliche Lichtshow. Ah, so viel besser. So könnte ich echt für immer hierbleiben. Tschüssi. Ich fühle mich wie eine neue Frau. Das Licht ist wieder an. Perfekt. Dann werde ich einen kleinen Streich vorbereiten. Na, wie wird dir dieser Anblick gefallen? Und den Geruch nicht vergessen. So erfrischend. Wenn man auf Scheunengeruch steht. Wurde auch echt Zeit. Oh Mann. Was hast du hier drin getrieben? Puh, echt schlimm. Das soll nur ein Scherz sein. Inakzeptabel. Oh, besser. Ich habe hier etwas Arbeit vor mir. Aber ich will so wenig Kraft wie möglich aufwenden. Denn dieses Zeug schrubbt für mich. Sehen die Farben nicht total cool aus? Das sollte das Ganze im Nu beseitigen. Ganz ohne schrubben. Mach dein Ding, gruseliger kleiner Schwamm. Schaummittel nicht vergessen. Und viel davon. Sieht aus wie eine Party hier drin. Ich hoffe, das reicht aus. Jetzt muss ich nur noch spülen. Tschüssi, fieser Kackhaufen. Ich werde dich nicht vermissen. Was für eine Schönheit. Und es riecht auch noch toll. Jetzt bin ich dran. Das ist ja alles kalt. Oh, kann ich hiermit was machen? Ich kann es wenigstens versuchen. So berührt meine Haut den Sitz nicht. Hey. Immer noch total kalt da unten. Meine Haut spricht Bände. Mir stehen schon die Haare zu Berge. Aber ich habe eine bessere Idee. Mein Puppet. Los, meine Freunde. Zeigt, was ihr könnt. Setzt euch auf den Sitz, damit ich es nicht muss. Sie bilden eine Barriere. Der letzte. Ist das nicht genial? Und es sieht toll aus. Testen wir es also aus. Ja. So bequem. Das sollte nicht lange dauern. Wusste ich's noch. Das bringt mich auf eine Idee. Oh ja. Ich kenne das genauso gut. Hey. Irgendwie muss ich es ja aufwärmen. Perfekt. Los geht's. Ist das Schokolade oder doch Kacke? Ich hoffe, die anderen tippen auf letzteres. Das Bad ist frei. Junge, endlich. Was? Schau her. Da kann man drauf sitzen. Dein Ernst? Das sieht echt cool aus. Ich komme. Wo bin ich gerade reingetreten? Ähm. Ich, äh. Hätte das noch besser laufen können? Rache ist süß. Ich, ich kann mich nicht bewegen. Ah. Ich glaube, mir wird schlecht. Nimm das weg von mir. Okay. Ruhig bleiben. Ich wäre so gerne Einzelkind. Schätze, ich bade mal eben schnell. Oh. Ohne Wasser. Was für ein Albtraum. Oh. Womit kann ich mir jetzt den Fuß waschen? Ich glaube, das könnte hilfreich sein. Und los. Sauberer Fuß. Ich komme. Einfach mit Schaum füllen und Fuß rein. Hey. Das kitzelt ein wenig. Aber irgendwie auch entspannend. Wie eine schöne Fußmassage. Und nun wasche ich es im Stiefel aus. Jetzt bin ich endlich wieder sauber. Das schicke ich Sunny. Mich schreckt nicht ab, okay? Hä? Eine Nachricht? Wie hat sie so schnell ihren Fuß sauber bekommen? Was ist hier los, hä? Oh. Mich kannst du nicht reinlegen, Sis. Musst du deine Haare waschen? Jetzt schon. Äh. Ekelhaft. Lass mich in Ruhe. Das ist so ekelhaft. Äh. Junge. Dieses Shampoo fühlt sich toll an. Nur zum Styling. Hm. So schön warm. Wenn es nur nicht so lange dauern würde. Okay. Langsam mache ich Fortschritte. Hey. Sieht gut aus. Ich bin fertig. Wo sind alle? Was auf Erden? Ich habe mir gerade die Haare gemacht. Oh. Volltreffer. Du findest das also lustig, was? Meine Haare sind klatschnass. Dann zieh nächstes Mal das hier an. Ew. Plastik? Hm. Aber irgendwie nützlich. Ich stecke einfach meine Haare rein, ziehe es auf meinen Kopf und binde es am Rücken. Ich brauche nur ein kleines Loch hier drüben, damit der Föhn reinpasst. Hallo? Wärme. Fast wie ein Friseurbesuch, oder? Hast du sie noch alle? Nun, das kannst du selbst beurteilen. Sieht doch gut aus, oder? Ich bin schockiert. Wir müssen los, sonst kommen wir zu spät. Wir haben einen langen Tag für uns. Ähm. Warum geht die Tür nicht auf? Wir haben uns eingeschlossen. Ich kann's nicht glauben. Ich schätze, wir hängen im Badezimmer ab. Ich wollte vorhin unbedingt hier rein. Jetzt will ich einfach nur essen. Gibt es hier was Essbares? Ich könnte einen Snack im Rucksack haben. Ja, du bist die Beste. Halte mal. Mh. Hey. Dieses Teil kann man nicht richtig essen. Heute läuft einfach alles schief. Na ja, vielleicht kann ich das ändern. Hier. Du kannst es als Tablett tragen. Es hält sogar dein Getränk. Siehst du? Bon Appetit. Ist das ein perfekter Biss oder ein perfekter Biss? Mh. Du hast es erfasst. Ich will lieber was Süßes essen. Und um ganz beim Thema zu bleiben, esse ich aus einem Klo. Nun, eine, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. Mh. So gut. Mädels, seid ihr da drin? Es ist nur Papa. Lass ihn nur klopfen. Hört sich gut an. Ist doch gar nicht so schlimm hier drin. Ich kann es noch zurückhalten. War aber kurz davor, eklig zu werden. Oh. Das hat ganz schön gespritzt. Aber ich weiß, wie man das verhindern kann. Ich brauche nur ein Blatt Klopapier. Das lege ich in die Kloschüssel. Keine Spritzer mehr. Und kein nasser Popo. Ah, das ist eine gute Tasse Kaffee. Die beste Art, den Tag zu beginnen. Sorry, Schatz. Ich muss dringend. Weg da, ich komme. Da hat es aber jemand eilig. Ich warte wohl. Was ist gerade passiert? Kinder, was? Das ist gut. Alles erledigt. Das stinkt. Was habe ich nur gegessen? Hey, der Lufterfrischer ist alle. Hat mir gerade noch gefehlt. Das geht schon. Ich bin hier fertig. Was geht denn da drinnen vor sich? Ihr könnt rein. Endlich. Du darfst zuerst. Auf keinen Fall. Ich brauche meine Gesundheit. Das riecht so übel. Wie kann eine Person diesen Geruch erzeugen? Das brennt in der Nase. Schau dir das mal an, Schatz. Igitt. Das ist ekelhaft. Wir müssen die putzen. Oh, wir können das nehmen. Ist leer. Warte mal. Ich weiß, was ich tue. Packen wir es an. Ich brauche die Flüssigseife. Und auch eine Schüssel. Ich gebe die Seife in die Schüssel. Wir werden eine Menge brauchen. Das sollte reichen. Als nächstes brauche ich Gelatine. Ich streue die in die Schüssel. Genauso. Perfekt. Dann kommt noch Backpulver dazu. Ist wie beim Backen eines Kuchens. Ich denke allerdings, dass das nicht schmecken wird. Aber es soll gut riechen. Also kommt noch Zahnpasta in die Schüssel. Für das Minzaroma. Ich denke, das war's. Jetzt verrühren. Dafür nehme ich einen Eisstiel. Sieht gut aus. Das kommt in die Spritze. Und dann mach die Kappe drauf. Ich denke, es ist fertig. Wird Zeit für die Toilettenreinigung. Das wirst du brauchen. Alles unter Kontrolle. Ich spritze die Mischung in die Toilette. Ich mach kleine Spitzen. Als ob ich Zuckerguss auf eine Torte mache. Wir nehmen verschiedene Farben. Dafür habe ich verschiedene Seifen und Zahnpasta genommen. Okay, jetzt wird gespült. Mh, riech mal. Wow, das ist ein Genuss für die Sinne. Nein, raus mit dir. Beeil dich, Süße. Na, endlich. Hey, Papa. Soll das ein Witz sein? Du hast das gesehen, oder? Qua, qua, kleiner Mann. Ich mach dich jetzt sauber. Warte, pinkelst du grad? Ist ja ekelhaft. Ich hab dich gewarnt. Was ist das für ein Gestank? Bäh, das bin ich. Ich nehm besser Seife. Ah, da ist sie. Hm, die riecht nach Kokosnuss. Uh, sie ist so glitschig. Komm zurück. Du kannst nicht entkommen. Langsam wird's nervig. Mami, komm her. Wah. Was ist los, Justin? Die Seife ist gemein. Die rutscht mir ständig aus der Hand. Was soll ich machen? Hm, das ist ein Problem. Ich muss darüber nachdenken. Warte kurz. Ich weiß, was zu tun ist. Zuerst brauche ich ein Stück Seife. Und eine Reibe. Ich rattle die Seife in eine Schüssel. Ich brauche eine Menge. Ich denke, etwa die Hälfte der Seife. Das sollte nicht lange dauern. Dann schmelze ich sie. Als nächstes nehme ich Justins Pop-It. Da gieße ich die Flüssigseife rein. Es gibt noch mehr zu tun. Dafür brauche ich meinen Föhn. Mit dem wird die Seife hart. Das geht schnell. Auf die Rückseite trage ich Kleber auf. Dann nehme ich ein Stück Stoff. Und klebe den an die Seife. Dann kommt eine zweite Schicht Seife drauf. Die muss festkleben. Hey Justin, schau dir das an. Das wird dir bei deinem Seifenproblem helfen. Oh, gib mir. Wow, genau was ich brauche. Das ist fantastisch. Danke Mama. Dafür sind Mütter ja da. Bist du bereit, Jasmine? Hey Mami. Was ist? Ich muss aus Töpfchen. Ganz dringend. Ist das dein Ernst? Okay, aber beeil dich. Du kannst dich auf mich verlassen, Mami. Das passiert jedes Mal. Bist du fertig? Es war schrecklich, Mami. Es war überall. Ich konnte es nicht aufhalten. Guck dir mein Kleid an. Was ist passiert? Ich möchte nicht drüber reden. Aber gut. Ich hätte nicht so viel Limo trinken sollen. Warte mal. Das Klo sieht anders aus. Das ist das Klo für große Mädchen. Wow, guck mal, wie riesig das ist. Okay, ich schaff das. Wie schwer kann das sein? Mayday, Mayday, Mayday. Das lief nicht nach Plan. Das Klo hat versucht, mich zu fressen. Es hat seinen eigenen Willen. Es ist außer Kontrolle geraten. Was redest du denn da? Ach, ich verstehe. Komm mit. Wir haben dieses praktische Gadget. Das ist der perfekte Toilettensitz für dich. Komm, probier ihn aus. Wow, guck dir das an. Aus dem Weg. Ein kleiner Schritt für Jasmine. Ein großer Sprung aufs Töpfchen. Oh, das ist bequem. Ich lass dich alleine. Danke, Mami. Sehr interessant. Hey, etwas ist anders. Haben wir eine neue Toilette? Ich werde die mal testen. An die kann ich mich gewöhnen. Oh, ja. Ja. Ist schon morgen? Ich bin wach. Zeig dir ein paar Spiele. Oh, ich sehe gut aus. Keine Veränderung. Bäh, mein Atem stinkt. Ich mach mich besser fertig. Ich werd mich anziehen. Es wird wieder ein schöner Tag. Mal sehen, welche Abenteuer auf mich warten. Ich will wieder ins Bett. Was zum... Was macht das auf dem Boden? Der Tube hab ich's gezeigt. Los geht's. Ich hab meine Beauty-Routine im Griff. Ich will immer gut aussehen. Und dafür hab ich meine Lieblingsprodukte. Ich fang mit meinen Haaren an. Die müssen gut aussehen. Und das werden sie. Hm, was kommt als nächstes? Ich weiß. Ein Bad in der Wanne. Das hab ich mir verdient. Besser kann man den Tag nicht starten. Bring mir's hinter uns. Was brauch ich? Wow, was für ein Chaos. Ich sollte wirklich mal aufräumen. Scheint aber eine Menge Arbeit zu sein. Und ich bin ein vielbeschäftigter Typ. Hm, aber ich kann das nicht so lassen. Oh, ich weiß. Ich bin genial. Ich muss schnell sein. Daran hätt ich schon früher denken sollen. So raffiniert. Ich muss aber leise sein. Keine plötzlichen Bewegungen. Lilly darf nicht wissen, dass ich hier bin. Aha. Danach hab ich gesucht. Ich nehm den Schrott einfach raus. Wow, sie hat echt viele Produkte. Oh, das riecht gut. Konzentrier dich, Justin. Gleich geschafft. Schnell weg. Das perfekte Verbrechen. Sie hat keine Ahnung. Hehe, man sieht sich. Das passt gut in mein Badezimmer. Puh, ich hab's geschafft. Das ist ein guter Platz für dich. Ah ja, direkt neben dem Waschbecken. So geht's. Und jetzt kann ich entspannen. Was für ein Morgen. Das Bad ist fertig. Darauf freu ich mich schon. Ich hol nur noch meine Waschlotion. Warte mal. Was? Was ist hier passiert? Justin! Jetzt bekommt er Ärger. Das macht er immer. Hey, was soll das? Schon mal was von Anklopfen gehört? Das gehört mir. Mach das nicht nochmal. Nein, das passt sehr gut hier rein. Das nächste Mal bin ich nicht so nett. Er ist echt unglaublich. Ich leg das dahin, wo es hingehört. Gut, das werde ich auf jeden Fall Mama erzählen. Er bringt immer meine Sachen durcheinander. Lilly, niemand ruiniert meine Klozeit. Du kannst mich nicht aufhalten. Ach ja, das werden wir ja noch sehen. Moment mal, ich hab eine bessere Idee. Ich leere die Kisten und leg sie auf die Seite. Dann nehme ich meine Klebepistole und trage eine linie Kleber entlang der Kante auf. Es darf keine Lücke bleiben. Da kleb ich eine Kiste drauf. Und dann noch eine. Ich staple die Kisten einfach übereinander. Ich denke, das war's. Hey, Justin. Das ist toll. Wo warst du die ganze Zeit? Lilly, was willst du? Ich komme in Frieden. Das hab ich für dich gemacht. Was? Ich hab schon ein Regal. Warte, das sieht gut aus. Okay, wir sind im Geschäft. Wow, guck dir das an. Echt cool. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Meinetwegen. Aber lass mein Regal in Ruhe. Juhu, das ist mein Lieblings-Puppet. Ich liebe Schmetterlinge. Ach, wie schön. Sie ist wie ein kleiner Engel. Oh, hallo. Dich hab ich ja schon ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Komm, lass uns spazieren gehen. Ja, du kannst das. Du denkst, wir könnten um die ganze Welt laufen? Uh, schau, Baby. Ein Pool. Ich schwimme gerne. Wow, oh, du hast Durst? Dann musst du was trinken. Hier, wie fühlt sich das an? Ist das gut? Oh nein, wo ist sie hin? Oh, da drüben ist sie ja. Unglaublich, wie groß sie geworden ist, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Hyppi, das macht keinen Spaß mehr. Oh, schau mal. Da drüben liegt ein Ball. Oh, das ist auch ein schöner Ball. Den mag ich. Er ist rot und blau. Hey, komm zurück, Ball. Hör auf, wegzurollen. Ich will mit dir spielen. Wow, Ball. Sieh mal, wie groß der Baum ist. Er reicht bis ganz nach oben und höher. Das ist der beste Baum. Baum, Baum. Ich wette, ich kann dich schütteln. Nur Spaß. Ich bin total besessen von diesem Buch. Hä? Moment, wo ist sie hin? Wo ist sie? Nein, nein, nein. Sie ist verschwunden. Ich sehe sie nirgends. Hier ist ihre Puppe. Aber die nimmt sie überall mit hin. Wo ist sie? Entschuldigt bitte. Hallo. Habt ihr hier ein kleines Mädchen gesehen? So sieht sie aus. Sie ist sehr niedlich. Oh, sorry. Wir haben sie hier nicht gesehen. Wo könnte sie nur sein? Oh, mein Telefon. Hallo. Ja, ja. Oh, mein Gott. Ich danke Ihnen. Oh, wo ist sie? Oh, mein Engel, mein Liebling. Mami hat überall nach dir gesucht. Hi, Mami. Oh, vielen Dank, dass Sie sie zurückgebracht haben. Aber wie konnten Sie mich erreichen? Oh, sie trägt dieses Armband. Ich habe nur die Nummer angerufen. Ach, herrje. Ich vergaß, dass ich ihr dieses Armband gemacht hatte. Ich habe Angelschnur genommen und dann die Perlen. Herzen, damit es schön aussieht. Und dann meine Telefonnummer. Natürlich auch ihren Namen und dann noch mehr Herzen. Vielen Dank, dass Sie Annie zurückgebracht haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Annie, winke deiner Retterin zum Abschied. Das Bild ist fast fertig. Der Stift ist aber kaputt. Hm, etwas befeuchten? Geht immer noch nicht. Das nervt. Blöder Stift. Ich will doch zu Ende malen. Vorsicht, mein Schatz. Ich probiere es mal mit Pink. Das geht auch nicht. Puh, das war knapp. Das reicht. Was ist denn los? Ich kann das Bild nicht fertig malen. Die Stifte sind kaputt. Ach, ja, das ist wirklich blöd. Was können wir denn da nur machen? Ich hab's. Gleich kannst du weitermalen. Schnell. Nimm ein Feuchttuch und falte es. Das Feuchttuch kommt auf einen Klebestreifen. Und nun lege ein Wattestäbchen auf das Feuchttuch. Und rolle es so auf. Achte drauf, dass die Watte an den Seiten rausschaut. Roll das Feuchttuch ganz ein und schneide das Klebeband ab. Und nun träufelst du bunte Tinte auf die Watte. Das Feuchttuch wird die Farbe aufsaugen. Ein Stift für den Notfall. Hier, bitteschön, Liebling. Juhu, ich kann weitermalen. Danke, Mom, du bist die Beste. Und jetzt kommt die Sonne. Ein ganz tolles Bild. Das macht so viel Spaß.